Meinem heutigen Gast Ben verdanken wir den mit Abstand erfolgreichsten Podcast der ersten Staffel. Heute ist er wieder da und ich verspreche euch Leute, heute wird es kein Deut weniger interessant. Wenn es um hydroponische Systeme geht, also den Anbau von Cannabis ohne Substrat, sondern mit den Wurzeln direkt im Wasser, werdet ihr kaum jemanden finden, der sich damit besser auskennt als Ben. Wir sprechen über unsere Erfahrungen mit solchen Systemen, behandeln das Thema so, dass Anfänger gut reinkommen und Profis noch etwas lernen können. Welche Vorteile solche Systeme haben und warum auch ihr zu Hause eine Menge Spaß damit haben könnt, das klären wir in der heutigen Folge. Die heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von meinem eigenen Online-Shop, Leute. Wir haben in den letzten Monaten mit dem Team daran gearbeitet, euch den Shop www.sticky.de aufzubauen, in dem wir nach vielen Jahren endlich wieder eigenes Merch anbieten können, wie auch die Produkte meiner Partner, wie den Dünger von Greenhouse-Feeding zu unschlagbaren Preisen. Ich habe in den nächsten Monaten vor, das Sortiment nach und nach auszubauen. Alle die Produkte, die ihr in meinem Shop findet, sind von mir Vince & Wheat approved und ich benutze sie selber in meinem Garten oder in meinem Alltag. Bei der Merch-Kollektion, die ich selber designt habe, habe ich darauf geachtet, dass man für Cannabis einstehen kann, aber trotzdem mit Understatement durch die Gegend laufen kann. Mein absolutes Lieblings-T-Shirt ist das 1212 to Bloom. Schaut auf jeden Fall mal im Shop vorbei und zieht euch die Kollektion rein und auf jeden Fall beim Newsletter anmelden, denn dort erfahrt ihr, wenn wir auch mal bestimmte Aktionen, Rabatte oder Gutscheine für euch haben. Mit den Einkäufen bei mir im Shop supportet ihr mich, mein Team und den Kanal und jetzt viel Spaß beim Hören dieses Podcasts. Ja, herzlich willkommen zurück bei mir im Podcast, Ben. Willkommen zur zweiten Staffel. Vielen, vielen Dank für deine Einladung und heute gibt es ein ganz tolles Thema. Du wirst wahrscheinlich darauf eingehen jetzt. Ja, in der ersten Folge, die ich jedem ans Herz lege, verlinke ich unter den Shownotes mit dir, haben wir über deinen Werdegang aus dem Schwarzmarkt in den legalen Markt gesprochen und deine Lebensgeschichte so ein bisschen aufgearbeitet. Dabei haben wir aber festgestellt, dass dein Steckengefährt und deine absolute Expertise im hydroponischen Anbau liegt und da habe ich mir gedacht, nehmen wir dich heute zu Gast als Experte hier in dem Podcast. Deswegen fangen wir doch mal ganz knallhart an. Erklär mal den Zuhörern den Unterschied zwischen Hydroponik und Anbau auf Erde. Also der allererste Unterschied ist tatsächlich, dass man hydroponische Systeme viel genauer kontrollieren und auch steuern kann. Da gehen wir aber später dann ein bisschen tiefer rein in die Sache. Also der Unterschied ist die Steuerbarkeit, also dass man es besser steuern kann oder gezielter. Wie ist das, wenn eine Pflanze in Erde steht und wo ist der Unterschied, wenn eine Pflanze in hydroponischen Systemen steht? Das fängt bei der Verfügbarkeit der Nährstoffe schon mal an. Also man muss sich das so vorstellen, bei einer hydroponischen Kultur ist die Nährstoffzufuhr viel, viel schneller. Also die Pflanze kann es viel schneller verwerten, aufnehmen und bei vor allem bei organisch ist es halt ein bisschen langsamer der Prozess. Daher kann man eigentlich so sagen, Hydroponik ist auch schneller im Wachstum, weil es einfach schneller die Nährstoffe aufnehmen kann. Also die Pflanze hängt sozusagen direkt am Tropf. Ja, so kann man es im Prinzip sagen. Man füttert direkt die Pflanze und nicht das Bodenleben. Das ist ja zu organisch. Also man kann ja auf Erde auch mineralisch anbauen. Wie würdest du sagen, dass man so genau steuern kann auf Erde mit mineralischen Düngern, wie auf Hydro? Also ich sage immer so, man kann halt über die Makronährstoffe vor allem sehr viel steuern, NPK. Also NPK ist ja, also gerade N am Anfang sehr sehr wichtig, um die Pflanze halt vegetativ zu halten. Die Mikronährstoffe. Ja genau. Und die Mikronährstoffe wie Calcium, wobei ich Calcium sogar als heutzutage sogar zu einem der Hauptstoffe zähle. Wird halt sehr unterschätzt, aber gehen wir später noch mal ein bisschen drauf eingehen. Also wer auf Erde anbaut mit mineralischen Dünger, kann schon ein bisschen auf die Nährstoffbedürfnisse der Pflanze eingehen. Aber wer wirklich, und das war ja auch das Thema im letzten Podcast, den Anbau ganz gezielt steuern will, auf Englisch Crop Steering genannt, der sucht sich dann den Weg über hydroponische Systeme. Genau. Das Schöne an dem Podcast heute ist, wir reden ja auch ein bisschen darüber. Wir hatten ja das schon mal ein bisschen angeschnitten, in den letzten Seminaren nicht, also in den Vorträgen. Und das Crop Steering ist halt ein Verfahren, was hauptsächlich aus den USA kommt. Das ist halt dieses gezielte Steuern einer Kultur in eine bestimmte Richtung. Und wir in Europa haben jetzt halt angefangen auch damit zu arbeiten. Und deswegen machen wir heute dieses Podcast, um einfach mal ein bisschen in die Materie reinzugehen. Ja also Crop Steering ist auf jeden Fall absolutes Profi-Wissen in großen Anlagen und wie immer bei meinem Podcast. Auch für kleine Anlagen. Genau. Also wenn man die technischen Herausforderungen meistert, kann man wirklich auch zu Hause sehr, sehr gut Crop Steering. Das ist ja das Ziel heute auch da ein bisschen Wissen den Leuten zu vermitteln. Was für grundlegende hydroponische Systeme gibt es und was unterscheidet sie? Also ich sage immer, es gibt die klassischen hydroponischen Systeme wie Coco, Steinwolle, aber es gibt ja auch diese sogenannten True Hydroponic, das heißt Aeroponic, DVC-Systeme, NFT-Systeme, Appflow. Also da müssen wir noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Du hast gerade Steinwolle und Kokos genannt. Das sind ja zwei Medien, wo die Wurzel jetzt nicht direkt im Nährmedium, aber sehr nah an den Nährstoffzufuhr, an dem Wasser anliegt. Was ist der Unterschied zwischen den True Hydro und den, ich nenne es mal so leicht Passiv Hydro? Ja, der erste Unterschied ist zum Beispiel bei einem System wie DVC. Was heißt DVC? Die Porter Culture. Dankeschön. Also es gibt es aber noch RDVC, also Recyculation, die Porter-Systeme. Das heißt, das ist nochmal ein bisschen anders. Es ist jetzt ein bisschen zu viel, da um ins Detail rein zu gehen, vereinzelt. Aber es geht darum, dass die Pflanze kein wirkliches Medium hat, sondern die hängt im Wasser. Bei Aeroponik, das ist das andere System, wo auch wiederum kein wirkliches Medium da ist. Es ist eigentlich eher so ein, man könnte sagen, Haltemedium sind dann zum Beispiel Bleton oder so. Manche machen gar nichts, die machen einfach nur eine Steroporplatte oder es gibt es halt auch diese Einsatztöpfe. Da geht es halt darum, um die Pflanze auf Position zu halten. Und bei Steinwolle und Kokos ist das eher so, das ist wirklich ein Medium. Aber es ist ein Medium halt ohne Nährstoffe, wo man halt nachher die Nährstoffe hinzufügen muss. Das ist der große Unterschied zur Erde dann. Haben diese Medien wie Coco und Steinwolle im Gegensatz zum True Hydro ein bisschen mehr Puffereigenschaft? Ja, definitiv. Also wenn man jetzt, sage ich mal, das klassische Aeroponik-System nimmt, das ist, wo die Wurzeln in der Luft hängen, da hat man eigentlich gar keinen Puffer. Das heißt, wenn da mal eine Pumpe ausfällt, dann trocknen die Wurzeln innerhalb von. Erzähl den Leuten mal, wie so ein aeroponisches System wirklich unterhalb der Pflanze aussieht, weil die Leute können sich das glaube ich nicht vorstellen. Aero kommt ja von Luft. Aero wurde entwickelt, also die NASA hat das entwickelt, damit man im Weltall auch Pflanzen kultivieren kann, weil so ein Astronaut, der da monatelang oben ist, der will ja auch irgendwie was essen, vor allem Salat und so. Und da wurde das halt eingebaut, erprobt vor allem. Und bei aeroponischen Systemen ist es halt mega wichtig, erstmal sauber zu arbeiten. Sehr, sehr wichtig. Und jetzt habe ich einen Fahnen verloren. Nämlich ging es darum, also die Wurzel hängt in der Luft und die Leute können sich gar nicht vorstellen, wie eine Wurzel hängt in der Luft, aber wie kommt es in die Nährstoffe dran. Was ist der Unterschied zu einem DWC, Deep Water Culture, wo die Pflanze tief im Wasser drinne hängt? Wie kommt die Pflanze bei Aeroponik an ihre Nährstoffe? Also die Nährstoffe werden im Prinzip drauf gesprüht. Also es gibt zwei verschiedene Arten. Es gibt diese High Pressure Düsen, das ist dann Hochdruckdüsen, das ist dann sehr, sehr feiner. Es ist praktisch ein Nebel fast. Und dann gibt es halt die Low Pressure Düsen, das ist halt das Low Budget System, wo eigentlich, es ist wie so ein Sprenkler eigentlich. Also bei dem Low Budget System werden die Wurzeln einfach mit Wasser besprüht. Und bei den High End, High Pressure System ist das ein so feiner Nebel, dass die Leute sich vorstellen können, die Wurzel ist wirklich gekapselt in einer Kiste, in der die ganze Zeit 99 prozentige Luftfeuchtigkeit durch Nebel und in diesem Nebel sind dann auch die Nährstoffe gelöst. Und was halt der große Vorteil ist, ist wie kleiner die Partikel sind, umso besser kann die Pflanze dann auch, da hat die diesen Sauerstoff- und Nährstoffverhältnis, das ist immer ganz wichtig. Deswegen wächst eine Pflanze auf Aeroponik sehr, sehr schnell, weil dieser Austausch zwischen Nährstoffe und Sauerstoff gleichzeitig passiert. In Erde ist es dann hingegen so, man gibt die Nährlösung rein, die Feuchtigkeit steigt, die Pflanze kann zwar die Sachen aufnehmen, aber in der Zeit ist nur der Sauerstoff zur Verfügung, der auch im Wasser gelöst ist. Und das ist wirklich krass bei Hydro-Systemen, weil auch bei dem Deep Water Culture System, was du erzählt hast, wo die Wurzeln direkt im Wasser hängen, dort wird ja ganz viel mit zusätzlicher Belüftung, mit Sprudelsteinen gearbeitet. Sauerstoff im Prinzip. Genau, da kommen wir noch drauf. Sauerstoff ist eine wichtige Sache auch zur Stabilisierung der Pflanze. Aber erstmal haben wir jetzt schon mal zwei Systeme angerissen. Wenn die Leute sich darüber mal informieren, werden sie sehen, in dem einen System hängen die Wurzeln einfach in so einem Wassertopf, wo ein Sprudelstein drin ist, das ist DWC. Bei Deep Water, bei der High, jetzt bin ich durcheinander gekommen, bei dem Aeroponischen sind die Wurzeln im Nebel. Und dann haben wir noch ein paar weitere Systeme. Eins, was unser Lieblingssystem ist. Unser beider, ja. Das Nährfilm, die Nährfilmtechnik, also NFT, genau. Ja, das ist einfach, ich stelle mir das immer so, das kann man sich sehr gut einfach vorstellen, das ist wie so ein leichtes Gefälle, wie so ein leichter. Ein Tisch. Ja, genau. Das läuft halt wie so ein Film, ganz leicht, wie so ein Mini-Wasserfall runter und wird wieder hochgepumpt. Also das ist im Prinzip ein rezikulierendes System. Ah, da hast du noch mal was Schönes angeführt. Es gibt auch noch mal gravierende Unterschiede, wie mit der Nährlösung umgegangen wird. Kannst du dazu noch mal kurz die zwei unterschiedlichen Systeme nennen? Du meinst jetzt Aeroponik oder du meinst Coco? Nee, ich meine, was passiert mit der Nährlösung, nachdem sie das erste Mal an den Wurzel vorbeigeflossen ist? Wird sie wiederverwendet? Ja, genau. Das ist ein rezikulierendes System. Das bedeutet, es läuft wie so eine Schleife. Was ganz wichtig ist, was ich festgestellt habe, ist, der EC-Wert verändert sich ja auch. Und da kommen wir gleich noch mal ein bisschen ins Detail. Aber im Prinzip ist das ein rezikulierendes System, was natürlich auch sehr wenig Wasser verbraucht und auch weniger Dünger verbraucht, weil man halt das immer wieder verwertet. Welche zwei Arten gibt es? Also es gibt rezirkulierend und? Drain-to-Waste. Das ist im Prinzip, was man macht bei Coco, was man macht bei Steinwolle. Das Prinzip, das Wasser geht durch das Medium durch, wird aber abtransportiert. Es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, das wieder aufzufangen und wieder aufzubereiten, ist aber noch sehr komplex. Na also, wenn es zirkulierendes System ist, bedeutet, das Wasser wird immer wieder verwendet. Das hat Vor- und Nachteile. Genau. Und bei Drain-to-Waste wird das Wasser einmal zum Gießen verwendet und das, was abfließt, landet leider in der Mülltonne. Ja, mit einem Abpass. Also es ist halt weg. Ja. Also NFT, die Nährstoff-Filmtechnik, die gibt es ja, wenn die Leute sich dazu informieren in zwei unterschiedlichen, grob zwei unterschiedlichen Ausführungen. Einmal gibt es diese langen weißen Plastikrohre mit diesen Einsätzen. Da fließt halt auch ein dünner Film an den Pflanzenwurzeln vorbei. Aber unser beider Lieblingssystem war von Nutri-Culture die Tische. Genau. Weißt du noch, wie die heißen? GT 100, ne, 120. Genau, 120, genau. Die gab es in unterschiedlichen Varianten. Und dann gibt es noch ein System, bevor wir so ein bisschen tiefer eintauchen, was wir vergessen haben. Und dann fassen wir gleich nochmal so ein bisschen zusammen. Es gibt auch noch Ebbe und Flut, ne? Genau, Ebbe Flut ist, ja, man hat auch früher im Underground viel Ebbe Flut verwendet aus dem Grund, weil es einfach relativ einfach ist. Man füllt einfach Wasser in einen Becken rein und lässt es dann wieder ab, sag ich mal. Und dann pumpt man es wieder hoch. Genau. Wo würdest du sagen, liegen erstmal die Unterschiede, auch so Vor- und Nachteile gerne nennen, zu einem rezykulierenden System? Also NFT, Ebbe Flut, DWC zu einem Drain-to-Waste, Coco, wo wir heute auch noch drüber sprechen. Ich war auch früher sehr viel mit Coco unterwegs. Also Coco, Steinwolle, wo das Wasser an den Wurzeln vorbeifließt, aber dann in den Abfluss. Wo die Vorteile sind. Ja, genau. Also was sind so deine Gedanken noch da? Warum hast du das eine System sehr geliebt, aber wofür hast du es gehasst und wo ist das andere System eher deine Liebschaft gewesen oder das andere eher so? Die beiden Systeme oder die Systeme haben immer Vor- und Nachteile, wie man halt so weiß. Eins der wichtigsten Dinge ist tatsächlich die Wassertemperatur, wo wir noch gar nicht drüber geredet haben. Kommt alles, ja. Ja. Die Wachstumsgeschwindigkeit ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Auch wenn Steinwolle und Coco sehr schnell ist im Verhältnis zur Erde, ist einfach True Hydroponic nochmal viel schneller so. Vor allem im Wachstum. Das bringt halt dazu, dass man schneller in die Blüte rüber gehen kann. Ja und bei einem System, wo du das Wasser immer wieder verwendest, musst du halt auch darauf achten, dass das Wasser irgendwann gewechselt wird. Genau, da kommen wir auch später zu. Weil die Pflanzen ja Stoffe, auch viele Leute denken ja, dass Pflanzen nur aufnehmen. Aber das ist komplett falsch. Pflanzen geben ganz viel ab. Und das ist auch der Punkt, warum, wenn jetzt hier im Podcast Leute zuhören, die nur organisch anbauen, sie aber jetzt sehr viel über Pflanzen, also das System Pflanze lernen werden, wo die Hydroponic-Grower sich mehr mit beschäftigen. Und es ist immer gut, bei den anderen Disziplinen zuzuhören, um dieses Wissen in seine Disziplinen zu überführen. Das nennt sich, by the way, Extrudate. Also, dass die Wurzeln auch Sachen in das Nährstoffmedium oder in die Lösung zurückgeben. Lass uns kurz zusammenfassen. Wir haben fünf Kategorien jetzt. Also, wir haben Ebbeflut, wir haben die Nährstofffilmtechnik, wir haben Aeroponik, wir haben Kokos und wir haben Steinwolle. Und wir unterteilen sie einmal. Eine Sache haben wir noch vergessen, was man theoretisch als Medium hinzufügen könnte, das ist Blähton. Genau, das ist ein Haltemedium wieder. Großer Unterschied nochmal zu Erde ist, diese ganzen Medien beinhalten selber keine Nährstoffe. Genau. Und das macht aber auch diese Systeme so anfällig, weil bei Hydro muss der Grower halt die ganze Zeit überwachen. Dazu gehört auch Regeltechnik, muss halt EC und pH-Meter haben. Aber dadurch gewinnt man halt die Vorteile eines schnelleren Wachstums. Wobei man heutzutage auch für ganz kleines Geld auch Regeltechnik bekommt, wie pH-Anpassungs-Dosierpumpen, wirklich unter 200 Euro teilweise. Ja, da sprichst du was an. Ein Thema, was mir damals, als ich mit Hydro-Grown angefangen habe, gerade auch die ein bisschen größeren Anlagen, da hast du dann große Tanks und dann hast du Schwankungen festgestellt. Schwankungen, ne? Ja, Schwankungen, aber es gibt ganz spezielle Schwankungen. Es gibt einen pH-Drift, also pH ist der Wert, der sagt, wie sauer oder basisch ein Medium ist. Und unterschiedlich vom pH kann die Pflanze die Nährstoffe besser oder schlechter aufnehmen. Welches ist der präferierte Korridor bei Hydro, sagst du? Man redet halt immer von 5,8 ungefähr. Das ist so die Standardnummer. Wobei man mittlerweile auch sagen kann, dass ein 6er-Wert auch sehr gut funktioniert auf Hydro. Als Mittelwert meinst du? Ja, als Mittelwert. Wobei man eigentlich auch noch zusätzlich sagen muss, gerade am Anfang, wenn die Wurzelbildung ist, ist es gut ein bisschen niedriger zu fahren. 5,5, 5,6 so. Hilft einfach die Wurzelbildung nochmal zu beschleunigen. Jetzt erzähle ich dir mal eine Geschichte aus einer Wohnung, die wir damals ein bisschen ausgebaut hatten. Ziel war, alle 10 Tage, maximal 14 Tage in die Wohnung zu gehen. War in einer anderen Stadt. Und dann habe ich super viel gelernt über diese Extrudate, also über diese ausgestoßenen Stoffe und wie sie den pH beeinflussen. Wenn du im Wachstum bist. Erstmal ein kleiner Tank, also puffert weniger als ein großer Tank. Genau. Und also Pufferwirkung ist halt das, was entgegenwirkt, dass die Schwankungen so stark sind bei Hydro. Und wenn du Wachstum hast, dann gehst du, bin ich tatsächlich zu 5,5 gegangen, pH, weil mit der Zeit der pH auf 6,3 steigt. Und wenn der pH bei 6,3 war, dann war immer der Moment, entweder das Becken aufzufüllen oder so ein Tool zu nutzen, wie du es gerade genannt hast, eine pH-Regulierungspumpe. Was hast du denn benutzt? Das würde mich interessieren, weil es gibt es schon länger, diese Pumpen, aber zu deiner Zeit… Ne, wir hatten zu, also zu unserer Zeit hatten wir keine Dosierpumpe. Wir haben tatsächlich den Tank so groß gemacht. Also eigentlich war für das NFT-System von Nutri-Culture, glaube ich, ein 100, 150 Liter Tank vorgesehen. Wir haben 450 Liter draus gemacht. Ihr habt es einfach vergrößert, das Volumen, ja. Genau. Und diese Vergrößerung hat einfach dazu geführt, dass wir mehr Zeit hatten, den Tank stehen zu lassen, bevor wir den Wasserwechsel machen mussten, weil das Wasser kann auch toxisch werden für die Pflanzen. Auf jeden Fall, definitiv, wenn es halt zu hoch wird. Genau. Und deswegen, die Pflanzen geben in der Wachstumsphase Stoffe in das Wasser ab, die dazu führen, dass der pH steigt. Und das krasse ist, später, wenn die Hormonumstellung der Pflanze auf Blüte umgeschaltet ist, dann musst du deine Nährlösung im Tank bei 6,3 anfangen und einstellen, weil über die Tage der runter geht. Genau, der geht dann weiter runter, ja. Und das ist zum Beispiel auch Wissen, was die Erdgrower einfach haben sollten und das können sie eigentlich nur aufschnappen, wenn sie sich auch mal mit Hydro beschäftigen. Ja, der große Vorteil ist tatsächlich bei allgemeinen Hydrosystemen ist, weil man mit Werten arbeitet. Ich persönlich liebe Werte, weil das ist, damit kann man halt arbeiten. Malen macht Zahlen. Ja, du weißt halt, in welcher Range du arbeiten musst und du hast auch immer ein Feedback von der Pflanze. Also wenn du was siehst, dann weißt du, okay, jetzt muss ich in die Richtung. Das ist ja das, was wir gleich besprechen werden, wenn wir über Crop Steering reden. Dafür muss man aber an dieser Stelle auch anmerken, ein großer Nachteil ist, wenn man diese Werte nicht unter Kontrolle oder monitort, dann ist dieses System auch super fehleranfällig und kann zu einem Totalverlust führen. Das kann definitiv passieren, weil man halt gar keinen Puffer hat, wie in der Erde zum Beispiel. Ja, also das sind erstmal so die Systeme. Gibt es ein gutes Buch, Hydroponik leicht gemacht, kann ich jedem empfehlen, der sich das erste Mal, also es ist wirklich das beste Buch, um sich in Hydroponik einzulesen. Habe ich auch viel Wissen daraus gezogen. Du wirst das wahrscheinlich auch verlinken, also für die Leute, die das Buch suchen. Also es ist hier unten in der Beschreibung. Ja, welches sind deine Lieblings, wir hatten schon gesagt NFT und was hast du noch so als Lieblingsverfahren? Also ich habe tatsächlich, es ist witzig, weil du weißt ja aus dem ersten Podcast, dass ich viel von meinem Vater gelernt habe. Wir haben tatsächlich auf Aeroponik angefangen. Also Aeroponik, damals gab es die Grow Tool Tische, die haben wir dann umgebaut, weil ich fand die sehr spartanisch von der Bewässerung. Wir haben dann halt auch mit Hochdruckdüsen gearbeitet, anstatt die regulären, die da waren. Ich fand halt die Tische gut, weil die hatten damals 24 Löcher. Das war halt sehr, sehr schön, weil wir konnten direkt in die Blüte gehen. Wir haben drei Tage Wachstum. Also ihr hattet einen Tisch mit, ich weiß nicht wie viele Löcher. 24 Löcher. 24 Löcher, genau. Da kamen die Stecklinge rein, kurz anwurzeln, also anwurzeln gibt es dort nicht. Ja, wir haben einen Propagator, also kannst du vielleicht gleich mal ein bisschen was erklären. Ein Propagator ist dasselbe, weil in Mini, man ist ein System, so ein Wurzelcloner, Klonwurzler, so rum. Kann man auch super benutzen bei RDWC, also zum Vorwurzeln, um die Pflanze einfach schon mal Wurzel, vernünftige Wurzeln zu bilden und die dann einfach in das andere System umzusetzen. Vorteil war einfach, wir waren verdammt schnell. Wir konnten nach drei Tagen schon in die Blüte gehen. Dadurch konnte man halt sehr, sehr schnell ernten. Und nur kurze Zwischenfrage. Heute bei dem Raumschiff, was du bei Gromotion halt steuerst, dort habt ihr Steinwolle. Ja, wir haben Steinwolle gezielt genutzt oder eingeführt, weil natürlich, ich war am Anfang auch, warum machen wir nicht Aeroponik und so. Das Problem ist wirklich die Wassertemperatur. Es ist halt unheimlich schwierig im großen Scale die Wassertemperatur zu kontrollieren. Man kann natürlich mit Waterchiller arbeiten, also mit Wasserkühlung und so. Aber da ist wirklich schon, wie gesagt, der Totalausfall ist da auf jeden Fall immer möglich. Welches ist die richtige Temperatur für eine Hydrobewässerung? Also ich, wie ich jetzt arbeite. Ich arbeite immer um 20er bis 22er Wert. Man muss auch bedenken, dass wie tiefer die Temperatur geht, umso mehr Sauerstoff kann das Wasser halten. Aber es gibt natürlich auch eine Grenze, wo es für die Wurzel zu kalt wird. Ja, wo die Prozesse einfach auch langsamer in der Pflanze werden. Also man kann sagen, zwischen 18 und 24, da ist man so ein Bereich, der safe ist. Ab 30 Grad wird es sehr, sehr schlimm, weil dann einfach die Bakterien... Ich würde sagen, schon ab 26, 25 Grad ist gar nicht geil. Ich sage jetzt einfach nur 30, so wirklich meiner Meinung nach schon absolut katastrophal. Und so wie du schon gesagt hast, 26 fängst dann an, kritisch zu werden. Hier kann der Erdgrower auch schon mal wieder eine kleine Inspiration mitnehmen. Wenn du alles perfekt machen willst und auch das Gießwasser. Ich würde das Gießwasser immer schön auf 20 Grad einstellen. Zu kaltes oder zu warmes Wasser. Du schockst halt die Wurzeln. Du kennst das ja selber, wenn du ganz kaltes Wasser rausschüttest. Die Wurzeln sind ja sehr fein und das stresst die Pflanze natürlich auch. Ja, also das heißt, bei den passiven Systemen wie Steinwolle und Coco hast du es als Grower einfacher, die Wassertemperatur zu kontrollieren. Das ist auch, warum du es nutzt. Definitiv. Und der andere Vorteil ist, da kommen wir gleich drauf, das sogenannte Crop Steering. Das kann man auf Steinwolle und Coco viel genauer machen. Als wenn die Wurzel die ganze Zeit im Wasserfilm oder im Wasser anliegt. Man hat natürlich auch bei den anderen Medien Tools, wo man Crop Steering machen kann über das Klima und so. Aber wir reden wirklich jetzt gerade explizit bei der Bewässerung. Also da ist halt, wenn du im NFT System arbeitest, hast du halt nicht so viel Range, die Pflanze in eine bestimmte Richtung zu steuern. Wo wir gerade bei Wassertemperatur waren, ein großer Gegner, den Erdgrower gar nicht so mitbekommen, ist ja Wurzelfäule. Hattest du damit schon mal Probleme? Bei Erde habe ich schon oft Probleme gehabt, weil gerade für Anfänger ist das Problem, dass sie es zu gut meinen mit ihrer Pflanze und zu viel Wasser geben. Also ist glaube ich jedem schon mal passiert. Kann ich mich nicht freisprechen von, ist mir auch schon passiert. Vor allem, wenn man ein ambitionierter Grower ist und nur das Beste will, dann denkt man viel ist gut, aber es ist leider nicht so. Und das ist auch so einer der Anfängerfehler, Überwässerung. Ist dir ein Hydrosystem mal gekippt von der Temperatur? Ist mir auch schon passiert. Also mir sind tatsächlich schon fast alle Fehler passiert. Deswegen, ich habe aus meinen Fehlern immer gelernt und ich bin auch dankbar dafür, weil das hat mich auch zum guten Grower gemacht. Das Ding ist halt, wenn die Temperatur steigt, dann haben wir mehrere negative Effekte. Hohe Temperaturen begünstigen bakterielles Wachstum. Du hast aber vorhin was Wichtiges gesagt. Können sich die Leute mal einfach merken. Kaltes Wasser, mehr Sauerstoff, warmes Wasser, weniger Sauerstoff. Richtig. Und wenn die Temperatur steigt plus Sauerstoff aus dem Wasser, also nicht mehr aufgenommen wird, dann begünstigt man anerobe Bakterien und Pilze. Und das heißt, man verändert auch durch dieses Wachstum dieser Bakterien den pH gleichzeitig. Es hat viele Effekte, die negativ sind. Und soll heute hier einfach mal so ein bisschen als Inspiration dienen, als Erdgrower sich vielleicht auch mal mit Hydro zu beschäftigen. Und vor allem Bakterien wie Pythium und so, ich weiß nicht, kann man ja ein paar Sachen, Pythium, Fusarium, das sind so wirklich… Wurzelfolle, begünstigte Bakterien. Definitiv. Ja. Aber wir könnten, dieser Podcast, ich muss mich richtig zurückhalten, weil das ist so viel Thema. Man kann so lange, also wir könnten hier locker über vier Stunden darüber reden. Ich würde sagen, lass uns mal so ein bisschen weiter über unser Lieblingssystem sprechen, weil wir können nicht alle Systeme besprechen, aber ich glaube, heute macht es in diesem Podcast am meisten Sinn, damit auch nochmal so ein paar kleine private oder Vergangenheitsgeschichten rauskommen. Du und ich, wir beide haben in der Vergangenheit sehr gerne mit NFT gearbeitet. Warum war das eines deiner Lieblingssysteme? Also du kennst das ja genauso wie ich, ich muss dir ja nicht viel sagen, es war wirklich diese Erde-Schlepperei. Also ich muss ehrlich sagen, das ist sehr, sehr gefährlich gewesen. Früher war halt in unserer Zeit, war das halt auch ein bisschen gefährlich, wenn man da jetzt säckeweise Zeug hoch und runter geschleppt hat, vor allem ja die Entsorgung auch später. Und das war halt für mich super, ja super einfach. Man hat das System aufgebaut, man hat nur einmal eine Wanne hochgeschleppt und dann hat man Ruhe gehabt. Und auch der Verbrauch an Wasser, also man muss ja auch sagen, es ist wesentlich weniger Wasserverbrauch. Die Düngung, also weniger Düngung, also auch da Geld gespart und man konnte auch wirklich mal ein paar Tage abhauen. Das Thema ist ja, NFT hat ja den Vorteil, dass man auch mal zwei, drei Tage nicht auftauchen muss. Ja, also ich hatte es ja auch, das war schon mal Faktor Nummer eins, hast du genannt, keine Erde schleppen. Faktor Nummer zwei, wie kriege ich eine Anlage so weit automatisiert, dass ich so wenig Tage wie möglich da sein muss. Und da war die Lösung, hatte ich es schon gesagt. Wenn ihr mal Hydro ausprobieren wollt als Hobbygärtner und ihr wollt mal, dass euer Tank stabiler steht und länger steht, erhöht das Volumen einfach. Das, was du eben gesagt hast, einfach einen größeren Tank. Vielleicht kannst du mal ein bisschen sagen, wie man es machen würde, wie es aussehen würde. Ja, ja, also wir, pass auf, bei uns war das halt so, das war eine Zeit, wo wir immer eine ganze Wohnung bespielt haben und wir haben immer so getan, als ob die Wohnung renoviert wird und haben dann den Strom bezahlt, haben den aber als Baustrom zum Trocknen und Sanieren angemeldet. Das ist smart. Wir haben uns nicht getraut, sag ich ganz ehrlich, den Strom zu klauen. Dann war das halt so, dass wir immer, wenn die Wohnung dann, der Strom zum Trocknen durch war, in die nächste Wohnung, war halt so der Switch. Wie lange ging das? Das ging zwei, zwei Durchsätze. Also ein halbes Jahr ungefähr. Nee, nee, also die Wohnung, die Wohnung haben immer zwei Ernten gemacht und dann in die nächste. Und das Ding war, die Systeme, die auch du so sehr liebst von Nutriculture, also wirklich krass, wie die Pflanzen dort abgegangen sind, hatten halt einen Tank von 100, 150 Litern. Und damit hätte bei voller Besetzung mit Pflanzen, weil die geben ja, wie gesagt, auch was in den Nährstofftank zurück, hätte man so fünf, sechs, sieben Tage, dann hätte man nachjustieren müssen. Und wir haben einfach den Tank vervierfacht und haben unter das komplette System, musst du dir vorstellen, nochmal einen riesen Tank. Einen kompletten Tank. Aber einen flachen dann oder was? Eigentlich hätte Statik geprüft werden müssen. Also wir hatten dort 450 Liter unter jedem System. Das muss man sich vorstellen, hier, wenn der Tisch bei mir, das war das System, da war fast der ganze Tisch mit so einem hohen Tank und die Pumpe. Und das ist auch nochmal eine Geschichte, warum wir fast aufgeflogen werden. Die Pumpe ist geschwommen und einer von unserem Team hatte halt so einen Schwimmer gebaut und in der Mitte war die Pumpe. Und irgendwann ist dieser Schwimmer kaputt gegangen und die Pumpe ist abgesackt und lag unten auf dem Grund des Tanks. Und hat Geräusche gemacht. Und hat bei der alten Frau, über der wir gerade am Schaffen waren, mega laut. Und die hat den Vermieter angerufen, Gott sei Dank, standen wir mit dem ganz gut, dass der meinte, Jungs, was macht ihr da? Ihr seid so laut, irgendwas vibriert und wir sofort ab in die Wohnung und naja. Das ist das, was wir vorhin hatten. Wenn was ausfällt bei Hydro, dann ist deine Anlage gebumst. Das kann man nicht anders sagen. Ja und was mich an diesem System halt auch noch gereizt hat, ist halt die schiere Pflanzen auf Steroide. Wir hatten die Pflanzen direkt einfach auf diesen Nährstofffilm gesetzt. Wir hatten da keine… Hast du ein Fleece drin gehabt? Genau, Fleece ist drin. Fleece ist wichtig, gut, dass du es ansprichst. Das verteilt das Wasser durch die Kapillarwirkung. Es ist wie Wurzel sozusagen, Verlängerung für die Pflanzen. Was mich super interessieren würde, hast du nachts ab und zu mal so kleine Drybags gemacht oder hast du permanent durchlaufen lassen? Nein, damals war das Wissen über Cropsteering noch nicht da. Drybags bedeutet, dass man bewusst, egal ob jetzt auf Erde, Hydro oder wie auch immer, die Feuchtigkeit zurückfährt, weil das die Pflanze stresst, positiv stresst. Das geht natürlich bei einem NFT-System nicht so gut wie bei deinem Steinwolle-System. Aber mit dem heutigen Wissen würde man tatsächlich vielleicht einfach mal die Zeitscheiduhr für 15, 20 Minuten ausmachen. Definitiv, einfach um Sauerstoff auch nochmal ein bisschen an die Wurzeln zu bringen. Weil man hat schon einen guten Sauerstoffzufuhr in dem System. Aber ich habe halt gemerkt, durch die Kapillarwirkung saugen sich vor allem, wenn man mit Blöcken zum Beispiel arbeitet, saugen die sich auch gut mit Wasser voll. Also dieses System, wir haben viel gespielt mit der Pflanzenanzahl am Anfang. Ich habe schnell gemerkt, dass weniger Pflanzen wieder mehr sind am Anfang, wie du auch. Wir haben 24 Pflanzen ungefähr auf einen Quadratmeter gestellt. Aber da die Pflanzen auf Hydro so explodieren, kann man ein Viertel nehmen. Ja, ist definitiv so. Es wächst so schnell. Also ich hatte am Ende bei NFT auf einem Quadratmeter fünf Pflanzen. Und die waren genau wie bei dir in deiner Anlage, diese kleinen, unglaublich starken, dickstieligen Pflanzen. Genetik macht natürlich auch viel aus. Definitiv, aber das ist halt verdammt schnell. Wie viele Pflanzen hattest du so auf dem Quadratmeter? Also ich habe immer zwölf Pflanzen auf dem Quadratmeter gehabt. Und bei Aeroponik 24, weil ich da wirklich kein Wachstum gegeben habe. Ich habe zwei, drei Tage einfach nur so eine angewohnten Gewohnheit, also dass die sich ein bisschen gewöhnen an die Wassertemperatur, an das Licht und so und dann Vollgas. Einfach nur, weil es mich interessiert und auch die Leute, welchen Dünger hast du auf Hydro am liebsten verwendet? Also wir machen hier keine Werbung. Also tatsächlich habe ich bei Rezikulieren Systemen immer mit Kana Aqua gearbeitet. Ich denke mal, du auch. Same. Also Kana Aqua war... Teuer, aber gut. Ja, teuer auf jeden Fall, definitiv. Aber absolut perfekt. Also der Vorteil bei der Kana Aqua Serie, wir haben auch viel getestet, das war der stabilste Dünger. Und im Verhältnis, kann man mal drüber sprechen zu Advanced Nutrients, weniger Komponenten. Weil das ist ja auch, wenn man da zwei 450 Liter Tanks anmischt, einfach die Zeit. So ein großer Tank muss durchgewälzt werden. Du musst dann, also ich habe mindestens eine halbe Stunde nach jedem Zusatz gemessen und Notizen gemacht. Und dann war Kana einfach, das ist so ein bisschen wie auch bei Greenhouse. Wenn du einmal weißt, welche Anzahl an Gramm pro Liter oder wie viel Milliliter pro Liter Tank. Und du hast das 15 Mal gemacht, dann vertraust du der ganzen Sache. Und das war dann bei Kana echt stabil. Also diese 14 Tage haben wir nur mit Kana geschafft. Ja, Kana ist auf jeden Fall. Kana Aqua vor allem ist super für Hydro. Es gab es auch noch General Hydroponics, glaube ich. Ja, GHE. War das die 123 Line mit Mikro oder so? Ja, ja, genau. Die war auch super. Die hat auch super funktioniert. Da hat vor allem mein Vater sehr viel mit gearbeitet. Aber ich bin, wie gesagt, immer zum größten Teil mit Kana gefahren. Hast du bei deinem Hydrosystem immer Leitungswasser verwendet und dort deinen Dünger draufgeworfen? Oder hast du dein Wasser noch gefiltert? Ich muss sagen, ich habe erstmal klassisch so angefangen mit, also so wie es halt früher immer gesagt wurde, ja reines Osmosewasser und dann halt Zusätze rein und so. Aber ich habe schnell festgestellt, dass mein pH einfach stabiler war, wenn ich einfach so eine leichte Mischung gemacht habe, dass ich so auf 0,2 bis 0,3 angefangen habe. Ja, das hat auch wieder Puffereigenschaften, obwohl Wasser kaum Puffereigenschaften hat. Was für Mittel gibt es denn zum Beispiel, um als Hydrogrower so seinen pH stabiler zu machen? Hast du da irgendwelche Mittel verwendet? Ja, also ich persönlich habe immer mit Kalmak gearbeitet, um einfach diese Bikarbonate reinzukriegen im Wasser. Die Bikarbonate sind ja zuständig für die Stabilität auch ein bisschen des pH-Werts. Das ist ja, deswegen passiert jetzt ja auch, dass wenn man Leitungswasser hinzufügt, dass der pH auch meistens ein bisschen steigt wieder. Das ist ja auch ein großes Problem bei vielen Dünger, dass der pH-Wert, wenn man mit reinen Osmosewasser arbeitet, dass er sehr tief fällt. Und teilweise, also bei Athenas ist es zum Beispiel so, bis vier oder so runterkraten. Dann musst du wieder gegensteuern. Dann musst du halt wieder was reinschütten. Und ich bin kein Freund von Säure reinschütten oder irgendwie. Ich versuche immer so wenig Säure wie möglich reinzuschütten. Sehr gutes Stichwort. Weißt du auch warum? Weil bestimmte Säuren einfach auch Stickstoff haben zusätzlich. Genau, die zerfallen und setzen dann Phosphor oder Stickstoff zum Teil frei. Da geht es halt wirklich tief in das Verständnis von Düngen. Und das ist tatsächlich auch ein Grund, warum ich diesen Podcast mache. Eigentlich sollte dieser Podcast sogar fast mehr für Erdgrower auch sein, damit sie sehen, wie viel sie von Hydro lernen können. Ich finde, es gibt keine bessere Art und Weise, sich über Pflanzenernährung und wie sie funktioniert, über Osmose und all diese Prozesse zu informieren. Geh mal ein bisschen drauf ein. Das ist ein sehr interessantes Thema. Ja, also kommen wir gleich auf jeden Fall, oder können wir gerne jetzt einfach machen. Also habe ich letztens den Leuten auch erklärt, warum, fangen wir mal mit einem bildlichen Beispiel an, warum ein sehr hoher Salzgehalt in einer Pflanze zu einer Überdüngung führt und zu einer Verbrennung ist. Weil, wenn ich jetzt Salz habe in einer Lösung und in einer anderen eine richtige hohe Konzentration und ich mische die zusammen, möchte diese Lösung immer ein Gleichgewicht herstellen. Und das Gleiche ist auch mit der Pflanze. In dem Wasser, was in der Pflanze gelöst ist, ist ein gewisser Salzgehalt. Wichtig, umso größer eine Pflanze, umso höheren Salzgehalt, also höhere EC-Werte verkraftet eine Pflanze. Genau. Und wenn ich jetzt ein sehr salziges Gießwasser in den Topf gieße, wird diese Balance aus dem Gleichgewicht gebracht und im Topf ist mehr Salz. Und Salz zieht Wasser an. Und das zieht wirklich, wie bei einer Osmose, ruckartig das Wasser aus der Pflanze zurück. Und dabei entstehen zwei Dinge. Adlerkrallen, weil diese Adlerkrallen durch diesen rückwärts fließenden Wasserdruck entstehen, werden vorne die Blattspitzen so zusammengezogen. Genau. Und dieser Tipburn, diese ganz leichten gelben Spitzen, das entsteht auch, weil das Wasser rückwärts aus der Pflanze rausgezogen wird und die Pflanzenzellen nicht versorgt sind mit Wasser und verbrennen. Der Nährstoff, das ist eigentlich auch theoretisch so gesehen ein Nährstoffmangel, der entsteht, weil es einfach zu viel auch mittlerweile drin ist. Ja, also das Ding ist halt, dass die Nährstoffkonzentration halt von großen Pflanzen, dass ich mal den Leuten was mitgeben kann. Meine Outdoor-Pflanze gerade, die kann ich locker mit einem EC von drei gießen und die muckt und macht auch keine Adlerkrallen nichts, weil overall sie genügend Wasser und Salzgehalt in sich trägt, um da entgegenzuwirken. Wir hatten auch noch bei der Thematik Gießen gibt es ja so unterschiedliche Werte. Also pH und EC haben wir schon besprochen. Es gibt aber noch einen ganz neuen Wert zum Thema Hydro, den du mir letztens hingelegt hast, der auch für dich noch ganz neu ist. Das ist für mich auch sehr, sehr neu. Vor allem ist das ein Wert, der industriell sehr viel verwendet wird. Wie heißt der? Das ist der ORP-Wert. Ich habe es mir notiert, das bedeutet, warte, wo habe ich es? Oxidationsreduktionspotenzial. Und was sagt das über das Medium und die Nährstofflösung aus? Also es sagt eigentlich aus, wie sehr, ja, wie soll man das erklären? Die Oxidazie, also ich habe mir Notizen gemacht. Ja, klar, es ist ein bisschen komplex zu erklären, aber es geht darum, ja, erklär du mal. Also ich kann dazu gar nichts erklären. Ich bin auch nur inspiriert jetzt wieder durch neues Wissen, aber dieser, ein hoher ORP-Wert bedeutet, dass die Lösung eine stark oxidierende Fähigkeit hat, was nützlich sein kann, um pathogene Keime oder organische Rückstände zu bekämpfen. Also damit kann man dem entgegenwirken, aber ein hoher Wert, meist über 400 Millivolt, zeigt an, dass das System gut desinfiziert ist. Genau, sauber. Genau, sauber, genau. Und dadurch, dass wir das mittlerweile wissen, wir entwickeln uns ja auch immer weiter, vor allem durch die Industrialisierung des Cannabis-Anbaus, haben wir einfach einen ganz anderen Pool an Wissen. Und da weiß man halt aus Studien mittlerweile, dass ein Wert von 400 bis 600 einfach dafür sorgt, dass sich gar nicht erst diese Bakterien, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben, wie Pythium-Bakterien, Fusarium und was es alles so gibt, die nachher der Pflanze auch einen Schaden machen. Ja, also es steht und fällt alles tatsächlich in diesem Fall mit dem, was an der Wurzel anliegt. Und bei Erde müsst ihr euch darum kein Kopf machen. Da kannst du was zu sagen, weil du bist ja auch sehr tief da drin mit der Erde. Da haben wir halt die Bakterien, die uns nützlich sind. Ja, genau. Also die Living-Soil-Leute, die gehen ja in einen ganz anderen Ansatz. Alles, was die in die Erde geben, hat nichts direkt mit Pflanzendüngung zu tun, sondern soll das Bodenleben stimulieren und düngen. Und die Bakterien und Pilze setzen dann die Nährstoffe um und machen sie der Pflanze verfügbar und transportieren sie sogar bis an die Pflanze ran. Das machen wir halt in diesem Fall bei Hydro mit dem Wasser. Wir transportieren die Nährstoffe direkt an die Wurzel. Und deswegen sind auch so exponentiell hohe Wachstumsraten bei Hydro zu sehen, weil die Pflanze 24-7 mit Nährstoffen versorgt wird. Genau, wir haben ja im Vortrag darüber gesprochen, über dieses Crop-Steering. Da sollten wir vielleicht nochmal ein bisschen drauf eingehen gleich. Es ist sehr, sehr interessant, weil wir einfach heutzutage gelernt haben, dass wir, wenn wir einen bewussten Stress auf eine Pflanze geben, vor allem in verschiedenen Phasen, dass wir dadurch die Produktionsmenge erhöhen können. Und auch eine sehr hohe Terpene-Bildung. Ja genau, dass man am Ende auch sehr hoch, also diese THC-Werte, die man erreichen will zum Beispiel und die Terpene, die kann man am besten erreichen, wenn man bewusst eine Pflanze in gewissen Phasen stresst. Da kommen wir gleich noch zu. Vorher will ich nochmal eine Sache wirklich abschließen. Wenn, bevor wir jetzt in den Profibereich kommen, den du der Meinung bist, auch Hobbygärtner tatsächlich zu Hause nachbauen können. Definitiv, ja. Also derzeit, die Leute, die sich neu damit beschäftigen, haben einen riesen Vorteil. Wir mussten damals, was Regeltechnik angeht, viel improvisieren. Heute kann man sie kaufen. Ja, man kann sie kaufen und dieses Wissen, also das, was wir hier gerade machen, ist ja nichts anderes als Wissen droppen, um einfach nicht die Fehler zu machen, die wir gemacht haben, Punkt 1. Und Punkt 2, die Sensorik wird ja auch immer günstiger. Das heißt, es wird auch immer mehr, also immer mehr die Möglichkeit geben, dass man auch als Hobbygrower das anwenden kann, das Crop Steering. Ja, also als ich mich mit Hydro beschäftigt habe, war das tatsächlich noch dieses Wissen aus den 90ern, Anfang der 2000er, malen nach Zahlen. Crop Steering war gar nicht, das kannte ich gar nicht den Begriff. Ich habe mir dazu auch keine Gedanken gemacht, positiv, negativen Stress. Ich dachte, die Pflanze muss es immer perfekt haben. Das hast du bei dem einen Vortrag auch ganz gut gesagt. Wer denkt, dass wenn eine Pflanze die ganze Zeit perfekt ist, der hat dann eine gesunde Pflanze, aber er holt nicht das meiste raus, weil das macht man mit Stress. Genau, gesteuerten Stress. Das war ja auch bei einer meiner Folgen, mehr THC durch H2O Stress. Das war so das erste Mal, dass ich mich damit beschäftigt habe. Wenn jemand von euch sich damit beschäftigen will, habe ich auch eine YouTube-Folge halt schon zu veröffentlicht. Das ist noch sehr oberflächlich, aber super gut, um in dieses Thema einzusteigen. Vielleicht kannst du mal was erklären dazu. Ja, pass auf, wollte ich gerade machen. Also damals hatte ich in der Folge eine Studie gelesen, die dieser erste Wink mit dem Zaunfall für Crop Steering war. Nämlich, dass in dieser Studie nur eine Sache überprüft wurde, was passiert, wenn man so in der dritten, also drei Wochen vor Ende, dritte und zweite Woche vor Ende der Blüte die Pflanze bewusst einmal austrocknen oder trockener stehen lässt. Und die Studie hat nur diesen einen Faktor überprüft und der THC-Gehalt und der THC-Gehalt ist gestiegen. Was du jetzt unter Crop Steering verstehst, das geht ja nochmal in ganz andere Dimensionen. Wobei ich sagen muss, das, was du damals gemacht hast oder was du den Leuten damals suggeriert hast, ist richtig, weil das ist das Crop Steering vereinfacht. Genau, gerade eben, meine Pflanze ist jetzt in der drittletzten Woche der Blüte, oder nee, jetzt in der zweitletzten Woche der Blüte, erstmal saugt die Pflanze viel weniger Wasser und ich mache auch bewusst jetzt viel trockener. Ganz kurz, bevor wir da jetzt drauf eingehen, wie man als Homegrower sein Pflanzen so steuern kann, um sie bewusst zu maximalen Terpen- und THC-Werten zu pushen, welche Systeme empfiehlst du jetzt unabhängig vom Crop Steering? Ich möchte jetzt mal von dir, reden wir über die Bewässerung? Allgemein Hydro, welche zwei Systeme empfiehlst du einem Anfänger? Was sind so, wo du sagst, nimm entweder das oder das? Also die Rücktrocknung ist das Einfachste, wie man eine Pflanze steuern kann und das Klima, also die Temperatur. Aber würdest du sagen, als Anfänger Koko, Steinwolle, Aeroponik, NFT? Wie man am einfachsten anfangen kann. Also ich würde definitiv jedem Anfänger eher zu Koko raten, weil es einfach die Fehlerquelle ein bisschen niedriger hält. Man hat einfach Puffer, wobei man muss sehr aufpassen bei Koko, man muss einfach mehr Phosphor geben. Das ist das Einzige, was man beachten muss. Das Koko bindet Phosphor. Ja genau. Das Medium saugt Phosphor sozusagen bildlich gesprochen an. Ja, man muss beim Phosphor aufpassen. Aber wie gesagt, es ist ein Medium, was mir Frela verzeiht und deswegen empfehle ich eigentlich immer auf Koko anzufangen. Also es ist auch nicht schlechter wie Steinwolle. Null. Das ist einfach nur ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, dreckiger. Ich gebe nochmal einen weiteren Tipp zum Koko hinzu. War tatsächlich das Medium, mit dem ich angefangen habe, mich mit Hydro zu beschäftigen und die Pflanzen direkt zu füttern. Hab dabei halt auch damals kleine Werbeunterbrechung, den Dünger meines Partners Greenhouse Feeding benutzt. Ein Komponenten Dünger. Macht mir gar keinen Stress, wenn ich auf Koko anbaue. Und ich habe das Hempi-Pot-Verfahren genutzt. Kennst du Hempi-Pots? Nein, das sagt mir tatsächlich nichts. Das ist so simpel. Das ist einfach, du nimmst keine Töpfe, sondern du kaufst dir Mülleimer, die unten zu sind. Und dann bohrst du auf zwischen 5 und 7 Zentimeter Höhe nach dem Boden Löcher rein. So fingerdick. Wie so Airpods, so ein bisschen nachgebaut. Nicht wie Airpods, ganz das Gegenteil. Pass auf, du bohrst ein Loch in den Eimer oder auch zwei und füllst ein Zentimeter über das Loch mit Bleton oder irgendeinem Granulat auf. Und dann kommt erst Koko. Das führt dazu, dass du unter dem Loch ein Wasserreservoir hast. Und Koko, ganz wichtig, wer mit Koko anbaut, muss bei jedem Gießvorgang mit 10 bis 15 Prozent Drain-to-Waste Überschuss wässern. Also das ist nicht wie bei Air, dass du nur so lange gießt bis unten ein Tropfen rauskommst. Bei Koko bitte immer mit Drain, also mit Abfluss wässern. Und dann haben diese Hempi-Pods, googelt danach, das ist ein geiles System, den Vorteil, dass du halt so ein kleines Reservoir hast. Das heißt, die Pflanze hat ja immer noch so ein, zwei Tage mehr Zeit, nicht gegossen zu werden. Also so wie ein Puffer halt. Genau. Ich kann noch was dazu sagen. Ich finde es sehr interessant, weil du machst ja dann so, du hast ja auch ein bisschen mehr Drain, also ein bisschen mehr Drainage, sage ich so. Also es ist auch mal gut für die Wurzeln. Ich empfehle, weil wir jetzt auch, du hast jetzt einen Wert gedroppt, 10 bis 15 Prozent. Ich empfehle, das halt anzupassen an die Phase. Also wenn man vegetativ arbeitet, will man weniger Drain haben, weil man halt auch mehr Wasser halten will in der Pflanze. Und wenn man halt generativ arbeitet, will man halt auch die Salze runterholen aus der Pflanze und muss dann halt auch, also andersrum. Bisschen. Andersrum. Ich habe mich jetzt gerade versprochen. Alles gut. Also wir reden von vegetativ, da willst du halt den EC eher niedrig halten. Also musst du halt gucken, dass du den EC-Wert runterkriegst. Dann kriegst du halt mit mehr Drain runter. Und wenn du generativ arbeitest, versuchst du ja den Salzgehalt höher zu haben. Also wenig Abschluss. Ein bisschen weniger Drain. Wir reden schon von deinen 10 Prozent, die du gedroppt hast. Aber es kommt immer auf die Phase. Und das ist ja auch, das ist ja die Art Crop-Steering, was ich meine. Man macht das halt über, und das kannst du halt bei den Pots, was du gerade beschrieben hast, sehr gut machen. Weil man hat ja unten die Drainage. Ja, du kannst die Pflanzen auch mal bewusst austrocknen. Koko trocknet halt auch gerne sehr gut aus, wenn du das bewusst machst. Was mir auch aufgefallen ist bei Koko, weil ich halt diese Vergleiche habe, dass man den Water-Content auch ein bisschen tiefer fahren kann. Water-Content ist im Prinzip die Wassermenge in dem Medium. Da gibt es halt den Maximum, ja Prozent, den Maximum, Minimum. Und bei Koko kann man deutlich niedriger gehen. Da kann man bis, also wenn man jetzt Sensoren hätte, bis zu 25, 20 Prozent Wasser. Trockenheit, wo man bei Steinwolle nicht unter 40 fallen möchte. Ja, 40 ist, sag mal, 35 ist so diese Grenze. Warum, weißt du auch, Michel? Ja, das ist aber bei Koko genau derselbe Grund, warum du nicht drunter fallen willst. Das heißt, wenn ihr bei solchen Medien wie Koko und Steinwolle einmal zu trocken seid, dann wird das hydrophob, also stößt Wasser sogar ab. Und dann ist das Rehydurieren, also das Wiederanfeuchten, super Stress. Da muss man wirklich mit viel Wasser arbeiten, um das Medium wieder halt, die Wasserhaltekapazität aufzubauen. Ja, ich muss sagen, Koko, absolute Empfehlung für jeden, der mit Hydro anfangen will. Meine persönliche zweite, mein zweites Verfahren, was ich empfehle, wäre danach NFT. Und ich glaube, wer diese beiden Sachen durchgespielt hat und immer noch lernen will, der sollte dann zu Steinwolle gehen. Steinwolle ist definitiv so Endstufe, weil man halt mit Steinwolle nochmal dieses extra Plus erreichen kann, was Ertrag vor allem angeht, aber natürlich auch ganz schnell reinscheißen kann. Also das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Vor allem, wenn man nicht ein gutes Bewässerungssystem hat. Ich sage eigentlich jedem, wer zu Hause arbeitet mit Steinwolle, der sollte mindestens ein ganz vereinfachtes Bewässerungssystem haben mit einer Schaltuhr, das reicht auch schon. Man muss nicht unbedingt mit Sensoren arbeiten. Man kann auch mit der klassischen Waage arbeiten und die Pflanze wiegen am Morgen. Hände. Hände geht auch, aber wenn du eine Waage hast, hast du eine Zahl. Ja, aber die aufgebaute Biomasse der Pflanze ist immer schwierig, mit in die Rechnung einzurechnen. Ja, klar, natürlich. Und was ich auch jedem empfehle, das macht man im professionellen Bereich auch, dass man einen Dripper immer hat, oder normalerweise arbeitet man mit zwei, separat in einem Behälter. Wo man auch nachvollziehen kann, ist, wie viel Wasser ist tatsächlich gegossen worden am Tag, weil du hast ja die Milliliteranzahl. Und du kannst auch direkt den pH-Wert messen von dem, was reingeht. Dadurch hast du immer einen genauen Wert, was reingeht. Also jemand, der seinen Grow perfekt steuern will, der will wissen, was reingeht, was im Block passiert und was rauskommt und kann dadurch Rückschlüsse auf die Pflanze, ob sie gerade im positiven oder negativen Stress steht. Und dann kommen wir auf den nächsten Punkt, der voll interessant ist, weil wir machen ja auch viel Content hier gerade für die Homegrower. Der Homegrower hat nicht immer das Geld für den Sensor. Sagen wir mal, nehmen wir die Situation, er hat das Geld nicht, aber er hat die Werte, was reingeht und was rausgeht. Damit kann man schon mal sehr, sehr gut arbeiten. Und diese Instrumente könnt ihr euch schon für unter 60, 70 Euro kaufen. Und damit könnt ihr überprüfen, was rein und raus geht. Erzähl bitte, was dort zu beachten ist, damit man mit diesen Messgeräten auch was anfangen kann. Die Messgeräte werden wir gleich droppen. Ja, pH und EC-Meter, das kennen die Leute. Wo es reingeht, ist immer sehr entscheidend. Normalerweise, wenn man das klassisch kennt, sind das eigentlich so Werte von 2,4 bis 2,6. Kommt immer auf die Düngerlein an. Bei Hydro. Bei Hydro, genau. Es gibt natürlich auch Düngereien, wo man halt mit 3 bis 3,2 reingeht. Aber das ist eigentlich vollkommen uninteressant erstmal, weil es geht darum erstmal, was passiert im Block. Das kann man halt nicht immer messen, wenn man kein Messgerät hat. Aber man kann messen, was raus geht. Und da ist sehr entscheidend, dass man immer einen Wert hat, was reingeht und raus geht. Und da macht man einfach, wenn zum Beispiel, sagen wir mal 3 reingeht. EC3. Genau. Sollte im Ausgang mindestens ein Punkt mehr sein. Also 4. Genau. Damit man weiß, okay, die Pflanze hat genug Nährstoffe. Wenn das anders passiert, dass was raus geht, weniger wird als das, was reingeht, weiß man, dass die Pflanze gerade mehr ist, als was reinkommt. Ganz kurze Sache. Man hat festgestellt, dass man höhere EC-Werte verwenden kann bei Cannabis, als man es noch vor 10 Jahren gedacht hat. Und das, was du gerade erklärt hast, ist ganz wichtig zu verstehen. Also ihr kippt 3 rein, 4 kommen raus. Bedeutet, die Wurzeln haben, während das Wasser an den Wurzeln vorbeigeflossen ist, alles in ausreichenden Mengen zur Verfügung, weil noch mehr sogar rauskommt. Wenn dieser Wert von 3 reingekippt plötzlich bei 2,7, 2,6 liegt, bedeutet das, dass die Pflanze richtig Hunger hat und ihr den EC-Wert sogar noch ein bisschen anheben könnt. Super wichtiges goldenes Nugget. Es geht nicht darum, 3 reinzukippen und 3 rauszubekommen, sondern es geht darum, 3 reinzukippen, 4 rauszubekommen. Dann ist alles gut. Und dann haben wir noch den pH-Wert, was auch sehr entscheidend ist. Wir haben ja eben was über ORP-Wert gesprochen. Wenn Wurzeln ungesund sind, also wenn die pathogene Belastung sehr hoch ist, neigt die Pflanze den pH-Wert nach unten zu driften, also das zu verringern. Das heißt, wenn eine Pflanze zum Beispiel, sagen wir mal 6,0 reinbekommt und auf einmal hat man 5,2 oder so, was ein sehr niedriger Wert schon ist, dann weiß man entweder die Pflanze ist überdüngt oder die hat einen Wurzelschaden, also ein Wurzelproblem. Das kann man sehr, sehr gut sehen. Deswegen ist diese Messung und Drain so wichtig. Ja, das liegt daran, dass die Pflanze eventuell überdüngt ist, weil sie selber dann den pH so verändert, um nicht mehr Nährstoffe aufzunehmen. Die Pflanze ist sogar so smart und in der Lage, dass, wir haben ja oft schon bei meinem Content drüber gesprochen, die Pflanze kann mit Extrudaten, also mit Sachen, die sie aus der Wurzel rausgibt ins Medium, den pH in ihrer Rizosphäre, also in dem Bereich um die Wurzel herum beeinflussen, um an Nährstoffe ranzukommen. Und jetzt, Leute, das fasziniert mich so unglaublich an dieser Pflanze oder dass Cannabis mir dieses Wissen beibringt, weil ich Cannabis verstehen will. Die Pflanze ist sogar so smart, dass sie Sachen in die Erde abgibt, weil sie sagt, fuck, ich habe zu viel Phosphor. Ich mache jetzt den pH absichtlich in dem Bereich, wo Phosphor nicht verfügbar ist, um mich selber vor der Aufnahme dieses Nährsalzes zu schützen. Also einfach nur geil mit dieser Pflanze. Ich sage, Cannabis ist mein Lehrer. Definitiv, also man kann so viel von dieser Pflanze lernen. Also ich fand das auch damals sehr interessant, was ich mal gelesen habe, das Thema, die Wurzeln von dieser Cannabispflanze, die wachsen sehr tief in den Boden rein. Und die haben damals bei Tschernobyl, haben die Cannabis um das Werk gepflanzt, weil diese Pflanze einfach die radiografie, sehr, sehr interessantes Thema. Also die Pflanze ist wirklich eine starke Nutzpflanze auch für den Menschen. Wahnsinn. Ja, also Cannabis kann tatsächlich sehr viel beeinflussen, macht es halt auch bei Hydro. Diese Drifts, also der pH und die EC-Veränderung sind absichtlich von der Pflanze. Weißt du eigentlich, ich habe vorhin nochmal ganz schnell recherchiert, was so Extrudate die Pflanze nutzt, um den pH zu verändern? Ja, erzähl mal, das ist interessant. Apfelessig, Zitronensäure, was hatte ich noch notiert? Ich sitze auf der falschen Seite, also Apfelessig, Zitronensäure und noch eine andere natürlich vorkommende Essigform. Und das ist halt krass, also die Pflanze bildet diese Stoffe, um sich vor Dingen zu schützen oder besser an Nährstoffe ranzukommen. Eine Sache, die man als Hydro-Grower auch nochmal wissen sollte bei diesem ganzen Anpassen der Werte, man kann kurzfristig zum Beispiel, wenn man ein System hat, wo die Wurzeln immer rezirkulierend drin stehen, man kann, wenn der pH in eine Richtung wegdriftet, wo man ihn nicht haben will, auch mal mit Säure oder basischen Stoffen gegen. pH plus und pH minus ist nichts anderes als Phosphorsäure oder ähnliche Stoffe. Das Ding ist, man kann damit kurzfristig den Tank nochmal in die richtige Richtung schieben, aber der Tank wird auch immer toxischer durch diese ganzen Sachen. Also man kann nicht mit einem Hydro-Tank, manche machen das, bei manchen Pflanzen geht das auch gut, aber wenn ihr eure Pflanze auf maximale Performance bringen wollt, müsst ihr wirklich den Tank spätestens nach 14 Tagen wechseln. Das ist eigentlich auch, wie du es schon angesprochen hast, ein sehr wichtiges Thema, weil man geht ja immer nach Werten aus. Wenn man jetzt ein 3er EC misst, denkt man nach ein paar Tagen, oh das ist ein bisschen weniger geworden, dann schüttet man wieder ein bisschen Dünger nach oder dann kommen wir wieder auf 3. Aber man weiß nicht die Konzentration an der Salze, was da drin ist. Wie viel ist wirklich an Stickstoff noch drin und deswegen ist es halt sehr, 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 sehr wichtig einfach auszutauschen und damit man das, was die Pflanze abgegeben hat, dass das nicht verfälscht ist. Ja, ich habe jetzt ein bisschen den roten Faden verloren, sage ich ganz ehrlich. Ja, du kennst uns ja, wir reden ja sowieso immer Leap Talk über alles. Wir wollten eigentlich Richtung Crop Steering, aber eine Sache ist gerade mir noch eingefallen, was immer wieder auch ein Problem darstellt bei hydroponischen Systemen, das ist, das hast du letztens nämlich glaube ich auch wieder gehabt, oder das ist das Bilden von Algen und Biofilmen. Genau, deswegen hatten wir ja, wir haben ja drüber gesprochen ganz am Anfang, der ORP-Wert. Der ORP-Wert ist ja im Prinzip sehr entscheidend für die Bildung, also für die Verhindernung in der Bildung der Pathogene und auch der Algen, weil die Algen ernähren sich ja im Prinzip ja auch. Genau, damit Algen entstehen, was ja auch Pflanzen sind, brauchen sie Nährstoffe und die bedienen sich an den Nährstoffen, die eigentlich für eure Cannabispflanze von euch bezahlt und in das Nährmedium gekippt wurden. Und wenn ihr dann da Algen habt, also so bildlich gesprochen, die klauen euch Teile Nährstoffe. Genau, die sind Mitmesser. Und die kann man halt mega schnell reduzieren, wenn man den ORP-Wert, also der ORP-Wert wird in Millivolt gemessen, da gibt es auch ORP-Messgeräte, so wie es ein PH- und EC-Messgerät gibt, die gibt es auch schon ab, ich glaube 100 Euro nach oben, also 150 Euro, kriegt man schon ein sehr gutes ORP-Messgerät und damit kann man dann halt im hydroponischen Bereich sehr, sehr genau arbeiten. Und jetzt kommt die große Frage, wie kann man den ORP-Wert beeinflussen? Da gibt es ganz, ganz viele Produkte, ich will jetzt hier keine Werbung machen, deswegen werde ich jetzt nicht jedes Produkt aufzählen, aber das ist hyperchlorige Säure. Das ist zum Beispiel in Produkten wie Pyrolytren, wie Cleans bei Athena. Also das sind jetzt die bekanntesten. Da kann man aber auch von jeder andere Firma nehmen. Da ist es ganz wichtig, dass der PPM-Bereich, wie viel das Produkt hat pro Milliliter, damit man auch, also wie höher der PPM-Wert in dem HOCL-Lösung ist, umso weniger braucht man auch von der Lösung, also auch finanziell, das ist halt günstiger. Und damit beeinflusst man, wenn man den ORP-Wert höher haben möchte, muss man mehr von dem Produkt, also von HOCL reinschütten. Wenn man den verringern will, muss man es wieder verdünnen. Was für Gründe könnte es geben, dass man den Wert verringern möchte, weil er zu niedrig ist? Ja, weil man zum Beispiel zu viel reingeschüttet hat, was ja auch passieren kann, ist ja auch ein Anfängerfehler. Vor allem, wenn man zum Beispiel nach Tabellen geht, wo man kein Messgerät hat, dann ist es halt manchmal schwierig zu wissen, was ist da jetzt drin. Dann reagiert die Pflanze ja auch in gewisser Weise auf das HOCL. Und dafür ist halt das Messgerät super wichtig, weil man genau weiß, in welcher Range man ist. Wie teuer ist das Messgerät? Hatte ich ja schon gesagt, so um die 100 bis 150 Euro. Das ist ja absolut erschwinglich für den Hydro-Berower. Vielleicht kannst du ja auch im Video was verlinken dazu. Also die Geräte sind wirklich erschwinglich mittlerweile. Und ja, also die Hilfe, das ist, ich sage immer, wer hydroponisch arbeitet, der muss mit Messgeräten arbeiten. Das ist so dein Werkzeug. Das sind deine Augen. Ja, genau, richtig. Also du siehst erst, was passiert, wenn du misst. Korrekt, ja, sonst fährst du blind. Und deswegen bin ich ein totaler Fan von Hydro, weil man einfach nicht blind fährt. Bei Erde ist, du schützt was rein, aber du weißt nicht unbedingt, was da drin gerade passiert. Man kann auch, das ist so ein bisschen Transferwissen, also wenn man Probleme mit Wurzeln hat bei Erde, kann man halt auch mit einer Hydrochloridenflüssigkeit halt auch gießen. Das sterilisiert auch, killt natürlich auch die guten Bakterien und solche Sachen. Aber wenn man auf Erde zum Beispiel eine zu lange Feuchtigkeitsphase hatte und dadurch Wurzelfäule entwickelt hat, kann man damit halt auch dagegen arbeiten. Das desinfiziert sehr stark. Man muss halt überdenken, dass man halt alles abtötet. Auch die guten Trichoderma und was man halt alles da drin hat. Ja, würdest du sagen, dass diese ganzen, diese Messtechnik mittlerweile auch für den Homegrower erschwinglich ist? Wo muss man rechnen, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt spricht gleich Ben über Cropsteering, wie er es bei sich in der Anlage fährt. Kann ich, wie viel muss ich investieren, um sowas vielleicht zu Hause nachzubilden? Das Allerteuerste momentan ist immer noch die Sensorik, gerade die Water-Content und EC-Sensorik. Die das dauerhaft misst. Ja, das ist im Prinzip so ein System, was permanent die Werte misst. Es gibt auch so Geräte wie PULS von Bluelab, wo man einfach reinsteckt in das Medium und einfach den EC-Wert auch messen kann. Ist halt so das günstigste Tool für Anfänger, sage ich mal so. Weißt du, was das ungefähr kostet? Da habe ich mich jetzt nicht schlau gemacht. Ich denke, soweit ich das in Erinnerung habe, so auch so um die 200 Euro, vielleicht sowas in dem Dreh, nicht viel teurer. Also nur der Sensor, warte, also ich habe, wenn ich mich recht entsinne, ohne mich auf diesen Podcast daraufhin informiert zu haben im Vorfeld. Also wenn du so bei PULS, die haben ja mittlerweile auch recht viel Sensorik, da liegst du auch irgendwo zwischen 1000, 1700 Euro, wenn du dich voll ausstattest, so für deinen kleinen Home-Grow. Genau, es gibt verschiedene Systeme, zum Beispiel Growlink ist auch ein sehr günstiges System. Es gibt das PULS, was du gerade angesprochen hast. Road Control. Road Control, ich weiß jetzt aus den Gesprächen, dass auch im deutschen Markt ein paar Sachen gerade in der Mache sind. Das Problem ist, dass die Sensorik, also die Sensoren eigentlich das Wichtigste sind. Die Schwachstille, ja. Ja, ja, es gibt halt viele Sensoren, die Technik entwickelt sich natürlich weiter. Ein paar Sachen sind patentiert, wie zum Beispiel, wo wir auch immer drüber reden, über ROYA, sind patentierte Sensoren. Die Terros 12 Sensoren sind eigentlich die, die verwendet werden bei Growlink, bei PULS, soweit ich weiß. Und da gibt es natürlich auch die Varianten wie Control Master, die Water Content Sensoren, die ich persönlich niemand empfehlen würde, weil ich selber getestet habe. Die sind sehr, sehr ungenau. Da kann man tatsächlich am liebsten, besser ohne Sensoren arbeiten. Ja, und wie wir schon gesagt haben, das ist halt eine Anfangsinvestition. Da muss man sich halt bewusst sein. Wenn man langfristig arbeiten möchte, dann ist das eine gute Investition. Wenn man kurzfristig arbeitet, sollte man halt tatsächlich mit dem Input und Output arbeiten. Und wenn man weiß, wie man Crop Steert, da gehen wir gleich nochmal rein, das ist ja im Prinzip relativ ähnlich, die Bewässerungszyklen. Man hat eine bestimmte Menge an Milliliter, die man reingibt und so oft, also mehrere Shots, die man dann gibt in bestimmten Phasen. Und wenn man das alles nacheinander gezielt strukturiert, kann man das theoretisch auch mit einer Schaltuhr machen. Man muss nicht unbedingt alles jetzt 100% tracken. Aber ohne eine Bewässerung, sage ich immer, ist es sehr, sehr schwierig zu Crop Steeren. Weil wir, da gehen wir gleich drauf ein, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Man hat P1, P2, P3, das erklären wir gleich nochmal. Das sind Phasen. Genau, Phasen. Dann haben wir die P3-Phase, das ist eine sehr, sehr wichtige Phase. Das ist die Nachtphase. Aber wie gesagt, ich bin jetzt schon wieder zu deep drin, gehen wir gleich rein. Ja, fahren wir an die Startposition. Genau. Wir, lass uns mal so ein bisschen, wir sprechen jetzt, damit die Leute auch wissen, worüber wir sprechen, wir sprechen jetzt über das System, wie du es in deine Anlage fährst bei Growmotion mit Steinwollblöcken. Du hast schon einige Leute neugierig gemacht und inspiriert. Ich habe auch in der kleinen Cannabis-Bubble bei Instagram entdeckt, dass ein paar Homegrower sich jetzt schon Systeme zusammengestellt haben, gesagt haben, das ist mir ein so liebes Hobby geworden. Ich habe schon Erfahrung im Grown. Ich nehme jetzt gerne mal 2.000, 3.000 Euro in die Hand, auch wenn das ein bisschen für manche zu viel erscheint. Ich möchte aber genau sowas nachbilden, wie das die Profis machen. Nicht nur, weil ich neugierig bin, sondern weil ich auch lernen möchte und eventuell dieses Wissen irgendwann sogar in meinem Cannabis Social Club oder so anwenden kann. Oder beruflich sogar. Genau. Man darf nicht vergessen, man hat ja heutzutage tatsächlich die Möglichkeit, mit dem wachsenden Markt selber ein professioneller Grower zu werden. Und leider ist es so, dass die meisten Anlagen tatsächlich mit Crop Steering mittlerweile arbeiten im professionellen Bereich. Und dann ist es halt ein mega Vorteil, wenn man schon Vorerfahrung hat. Ja, definitiv. Deswegen, ich möchte dich jetzt in ein gewisses Mindset bringen, Ben. Bitte stell dir mal dieses System vor, was, wie heißt er bei Instagram, der das nachgebaut hat? Ja, du meinst RDWC meinst du? Der mit Steinwolle Sicht. Ich folge dem auch, ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Es gibt einen, der hat gerade sich wirklich Steinwollblöcke in sein Zelt gestellt. Dem hast du auch sehr viel geholfen. Boah, ich weiß jetzt nicht wirklich, wen du meinst. Ich habe das Problem, ich habe mittlerweile mit so vielen Leuten zu tun. Ich fasse mich jetzt kalterwichtig. Ich kenne das, ich kenne das. Ich schreibe halt auch, wenn die Leute sich fragen, warum wir es gar nicht mehr schaffen, immer auf Direktnachrichten einzugehen. Wir haben einen Hauptjob und wir schreiben schon mit so vielen Leuten. Da bleibt irgendwann keine Zeit mehr über. Ich weiß, ich stehe auf dem Schlauch. Alles gut, gar kein Thema. Also auf jeden Fall Slim... Ah, Slim Sandy. Genau. Er arbeitet aber auf NFT. Ah, der hat NFT geholt. Deswegen war ich jetzt gerade auf dem Schlauch. Okay, siehst du, das sind einfach zu viele Sachen. Okay, der hat sich inspiriert von dir ein NFT-System gebaut. Dann machen wir es jetzt mal so. Dann zeichne ich mal einfach ein Beispielsystem. Ich möchte eine 120x120 mit einem Fluttisch, also mit einem Tisch, damit ich... Du hast gerade das Allerwichtigste. Du brauchst tatsächlich einen Tisch, weil du musst ja Drain-to-Waste arbeiten. Das heißt, du brauchst Drain. Du musst den Drain auch auffangen und ihm zu messen. Genau, korrekt. Also ich zeichne mal das Setup, was die Zuhörer bei dem Podcast mal im Kopf haben und du hilfst mir, das machen wir jetzt komplett Freestyle ohne Vorbereitung, dieses System auszustatten und wie ich es bediene. Damit kriegen die Leute den maximalsten Mehrwert in diesem Podcast wieder mit. Auf jeden Fall, wenn euch dieses Thema interessiert, Ben bei Instagram folgen. Ben droppt dieses Wissen immer auch auf seinem Instagram-Kanal. Da lernt ihr sehr viel. Also ich möchte eine schöne 120x120 Box. Da stelle ich mir einen Gießtisch rein und wir bleiben komplett legal, auch wenn wir sehr viel Budget da drauf werfen. Also wir reden von drei Pflanzen. Wir reden von drei Pflanzen, was bei Hydro auch ausreicht, weil die werden riesig, wenn man es will. Ja, ja. Und dann arbeite ich mit Steinwolle. Was brauche ich noch so? Und ich habe, ich bin zu dir gekommen und habe gesagt, ich habe wirklich 3000 Euro Budget, ist gar kein Problem, ein bisschen Grow Equipment habe ich noch. Mal so, du kannst genauso mit Coco Slabs arbeiten oder Coco Backs. Also das ist kein so großer Unterschied. Wir reden da nur ein bisschen, was der Dry Back angeht oder Maximum Water Content. Also man kann das theoretisch, das was wir jetzt gerade droppen, gleicht mit Coco machen. Ja, ja. Okay. Wir müssen uns jetzt nicht auf Steinwolle festnageln. Okay, aber ich wollte das mit Steinwolle machen, weil du damit tagtäglich arbeitest. Jeder, der zuhört, auch weiß, ey, das kann ich genauso auf, ja, guck mal. Ja, geil, danke für die Info. Ja, also, wenn wir jetzt von drei Pflanzen reden, dann müssen wir immer gucken, wie viel Wachstumszeit geben wir. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Info für die Größe des Mediums. Also am einfachsten kann man tatsächlich die einen Gallon Blöcke steuern. Da reden wir von, das ist 3,8 Liter. Ja, also das, ich erkläre auch warum. Also für die Leute, die auf Erde arbeiten, die werden sich denken, wow, das ist aber sehr, sehr klein. Für große Pflanzen. Für große Pflanzen. Aber ich habe einfach nur ein Beispiel von mir. Ich habe teilweise Mutterpflanzen sechs Monate auf diese 15 x 15 x 15 cm gegrowth. Also das geht. Wichtig ist natürlich, wie größer die Pflanze wird, umso häufiger muss man auch bewässern, weil einfach die Pflanze es verbraucht schnell. Dementsprechend ist es sehr wichtig, das mit zu berücksichtigen, wie lange man Wachstum gibt. In der Regel gibt man zwei bis drei Wochen. Also ich persönlich arbeite immer gerne mit zwei Wochen, 14 Tage. Und dann ist es ganz wichtig. Wir sprechen dann aber in diesem Fall, du kommst mit Stecklingen aus deinem Stecklingsraum. Genau, das ist auch wichtig, was du sagst. In Hydro rein und dann hast du ab dem Moment, wo sie in diese Blöcke vertransplantiert werden, zwei Wochen Wachstum. Genau, und da ist ganz wichtig, der entscheidende Punkt, vor allem bei Steinwolle ein sehr großes Problem, deswegen sage ich auch jetzt einfach bewusst, bei Kokos ist es wesentlich einfacher am Anfang mit Crop-Steaming anzufangen. Bei Steinwolle hat man das Problem, dass es oft sehr lange dauert, bis die Blöcke zurücktrocknen. Man muss bedenken, wie fängt man an? Man muss diesen Block nehmen und muss den erstmal soaken. Soaken bedeutet eintauchen, in den Nährstofflösung. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass man mit einem hohen EC-Wert anfängt. Zwei Werte musst du, also ganz kurz bildlich für die Podcast-Zuhörer, diese Blöcke und auch das Koko, by the way, müsst ihr vorbehandeln. Genau. Wir bleiben jetzt aber heute, bitte nicht zu viel auch zu Koko springen bei Steinwolle. Ihr müsst den Block in eine Wanne packen. Genau, das kann eine Wanne, eine Eimer, es ist egal was. PH und EC noch kurz nennen? Ja, also so wie du gesagt hast, schön, es geht darum, den Block zu tauchen in einer Nährstofflösung. In der Regel dauert das eine Minute und dann ist dieser Block vollgesaugt. Die Nährstoffe sollten immer höher sein als das, was man normal kennt, weil dieser Block hat ja nichts drin. Also ich empfehle immer 3 bis 3,5 den Block zu soaken. EC. Gehst du, wenn du mit einer Jungpflanze bei Nitro-Eden… Genau, wir reden von dem Block. Also einen 3er-EC. Genau, mindestens. Heftig. Vor allem bei LED-Lampen. Und der pH-Wert ist sehr entscheidend auch am Anfang. Es ist wichtig, mit einem niedrigen pH-Wert anzufangen. Günstigt die Wurzel, Wachstum, Phosphoraufnahme. Genau. Wir reden von 5,5 bis 5,6. Das ist so der Standardwert. Und da empfehle ich auch jedem noch ein bisschen Calcium-Magnesium dazu zu geben, um einfach nochmal die Aufnahme von Phosphor zu begünstigen. Das sind so kleine Golden-Nuggets, was wir noch reinschreiben. Ja, also ein bisschen Calcium, als wir reinschmeißen, damit einfach das Phosphor besser aufgenommen wird. So, dann der nächste Schritt ist die Rücktrocknung. Die erste Rücktrocknung. In der Regel dauert das, kommt auch ein bisschen auf die Temperatur, auf die Luftfeuchtigkeit in dem Zelt oder in dem Raum an. Dementsprechend dauert es länger oder wird kürzer. Ich empfehle aus meiner Erfahrung, weil ich habe auch sehr viele Erfahrungen gemacht, den Block so bis zu 40 Prozent runter trocken zu lassen, wenn man 100 Prozent als Maximum nimmt. Also 100 Prozent bedeutet in dem Fall bei diesem 15er mal 15er Block, wir haben einen Wert von 2.800 Gramm, also Milliliter, also rechnen wir mal drei Liter. Wir machen mit drei Liter, genau. Fassungsvolumen, also das muss der Block wiegen. Das ist das, was der Block, also kurze Frage, das ist das, was der Block an Wasser aufsorgt oder das Gewicht Block plus Wasser? Block plus Wasser. Wenn du den jetzt auf eine Waage stellen würdest, würde der Block, wenn alles richtig gelaufen ist, so um die 2.800 Gramm wiegen. Dann weißt du, okay, du hast Full Water Content erreicht, der Block ist komplett voll gesaugt. Das heißt, das Ding ist richtig schwer. Dann ist wichtig, die Rücktrocknung. Ja, der Rücktrocknung ist ganz wichtig. Die Pflanze kommt da rein, die hat ja ganz wenig Wurzel noch und du weißt ja selber aus Erfahrung, die soll dem Wasser hinterher wachsen. Genau und deswegen ist es mega wichtig, zurückzutrocknen. Großer Fehler passiert halt, oder das ist halt das Problem bei dem Block, er ist teilweise immer noch zu groß am Anfang. Deswegen machen viele Amerikaner mittlerweile so, dass die auf kleineren Blocken vorziehen. Also muss ich das vorstellen, das sind halt nicht die ganz kleinen Blöcke, die man hat für die Klone, sondern das sind so ein Zwischending. So siebeneinhalb mal siebeneinhalb mal siebeneinhalb. Ja, richtig. Und die werden dann halt vorgezogen und setzen die dann auf die größeren Blöcke drauf, weil da einfach schon mehr Wurzelmasse ist. Was passieren kann am Anfang und das ist nicht erschreckend, also das ist sehr, sehr oft bei professionellen Growers auch, dass die Pflanzen die ersten 10 Tage nicht so gut aussehen, dass sie Calcium-Magnesium-Mangelerscheinungen haben. Oftmals ist auch, wenn man nicht auf den ORP-Wert achtet, dass die Blöcke grün werden, dass sie Algen kriegen. Algen bilden. Das ist mir auch schon passiert und deswegen sage ich, ich rede sehr offen gerade hier, es ist sehr wichtig, dass man aus den Fehlern lernt von anderen, deswegen machen wir das ja hier auch. Und man sagt aber trotzdem, dass man den Wert bisher auf 40% runtergetrocknet ist, immer so Mikroshots gibt. Also man sagt eigentlich die ersten drei Tage nicht bewässern, beim vierten Tag gibt man halt so Mini-Shots, also wir reden immer von Prozent-Shots, normalerweise bewässert man immer mit drei Prozent-Shots, zwei bis drei Prozent-Shots von dem Volumen. Von dem finalen Gesamt-Volumen. Ja, erklär mal ein bisschen. Vielleicht ganz klar. Also es ist halt so, wir machen das jetzt einfach mal, wir gehen auf drei Kilo und dann halt immer drei Prozent Wasser, also von dem Volumen halt hinzugeben. Noch ein kleiner Gedanke, ihr könnt halt denselben Nährstoffgehalt strecken oder komprimiert der Pflanze geben. Ihr könnt, jetzt als Beispiel, ihr könnt 100% Dünger auf einen Liter auf einmal gießen oder auf drei Liter aufteilen und dann aber über mehrere kleine Shots. Und über die Anzahl der Shots, die Anzahl der Wassermenge plus den Salzgehalt kannst du in deinem Grow sehr viel steuern bei der Pflanze. Genau. Also wenn man rechnen würde, zum Beispiel, das klassische Crop Searing ist relativ ähnlich aufgebaut. Ein Ein-Prozent-Shot bedeutet in der Regel 30 Milliliter, also pro Prozent. Bei drei? Bei drei wären es dann dreimal 20 Milliliter, das wäre ein dreiprozentiger Shot. Was man macht am Anfang ist, deswegen sage ich, das sind eigentlich sogar noch weniger als ein Prozent Shots. Ich sage immer so, 15 bis 20 Milliliter zweimal am Tag geben, um einfach vor allem Nährstoffaustausch zu generieren in der Pflanze. Das heißt, ein bisschen Sauerstoff hinzuzufügen. Aber du willst ja den Water-Content, also den Wassergehalt, nicht wieder erhöhen. Du willst ja bis 40 runter trocken. Das ist sehr wichtig, dass man halt das im Auge hat, dass man diese 40 erreicht. Weil du wirst auch ganz schnell merken durch Beobachtung, dass die Pflanze schneller Wurzeln kriegt, wenn man nicht kontinuierlich so hohen Wassergehalt hat. Genau. Also es ist tatsächlich, wenn du zu viel gießt, weil du denkst, viel Wasser hilft einer jungen Pflanze, dann ist sie faul, sie kommt ans Wasser, sie hat gar keine Intention, die Wurzeln wachsen zu lassen. Das Krasse ist halt, dass die Pflanze, tatsächlich habe ich in meiner Folge zu Pflanzentropismen, wie intelligent dein Cannabis ist, auch erklärt. Die Pflanze kann an den Wurzelhaaren, also wirklich merken, ob rechts oder links von der Wurzel es feuchter ist und dementsprechend wächst sie dorthin. Und wenn dein Block nach unten hin, also wenn das Wasser raustrocknet, aber unten sich sammelt, dann kriegt die Wurzel das Signal, unten ist das Wasser, wächst. Und du willst ja gerade in den ersten Tagen es schaffen, dass die Pflanze so schnell wie möglich das Medium einnimmt. Ja, das ist halt das Problem bei Steinwolle und da arbeiten auch gerade viele Substrathersteller an diesen Problemen, dass man, wenn man so ein großes Medium hat, in Anführungszeichen, was es nicht ist, aber von Anfang ja, einfach eine Balance zu finden zwischen perfekte Wurzelbedingungen und halt auch nachher nicht zu kleines Medium zu haben. Weil wenn man zu klein anfängt, ist es auch ein Problem, weil irgendwann kommt man an so ein Punkt, wenn die Pflanze groß wird, dass man einfach nur noch am Bewässern ist. Sehr gut, also wir nehmen erstmal mit, voll einstellen, pre-chargen, soaken lassen. Erster Dryback, ganz wichtig bei Kokos wie bei Steinwolle, damit die Wurzeln sich auch strecken. Wie geht es weiter? Lass uns mal so ein bisschen durch die vegetative Phase gehen. Genau. Nehmen wir jetzt mal an, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie wir jetzt angefangen haben. Jetzt müssen wir ja, jetzt sind wir bei 40 gelandet. Jetzt möchten wir ja im Prinzip den Maximum Water Content erreichen von dem Block. In der Regel fängt man so bei 65, 70 Prozent an. Das ist so dann die Spitze. Das merkt man auch ganz schnell, wenn man mit Sensorik arbeitet. Irgendwann kommt der Punkt, wo es nicht weiter hoch geht. Dann bleibt das wie linear. Dann weiß man, okay, da ist jetzt der Maximum Water Content erreicht. Und dementsprechend ist auch der Drain. Das heißt, wenn man so und so lange weiter Wasser gibt, erhöht sich natürlich immer mehr der Drain. Der Fluss. Ja, da ist auch der Punkt, wo man anfängt, den EC-Wert zu verringern. Was man ja am Anfang vor allem nicht will. Man muss erst mal einen bestimmten Wert halten. Am Anfang, wenn die Pflanze im vegetativen Stadium ist, will man jetzt keinen so hohen EC-Wert haben. Deswegen, wenn man 3,5 reingegeben hat am Anfang, versucht man den Wert so bei 3 bis 4,5 zu haben. Bei der vegetativen Phase. Also bei Erwachstumsphase. Da reden wir von dem ganz klassischen Wachstum. Das ist bei einer Mutterpflanze genauso. Man versucht einfach den Block halt einen EC-Wert zu halten, dass die Pflanze einfach gesund wachsen kann. Wir wollen die Pflanze ja… Dadurch, dass in der Wachstumsphase Cannabis es ja eher feuchter an den Wurzeln mag, bedeutet das jetzt gerade in unserem Gespräch für mich den Rückschluss, da dauerhaft Wasser mit Nährsalzen an der Pflanze anliegt, ist der EC-Wert niedriger, weil dauerhaft verfügbar. Und später, wenn ich trockener bin, steigere ich den EC-Wert, weil ich ja gesagt hatte, ob ich jetzt das 100% Dünger auf 1 Liter oder 3 splitte, ist am Ende dieselbe Düngermenge. Ich muss nur wissen, wenn ich weniger Wasser der Pflanze zuführen kann, weil sie dadurch positiv gestresst ist, muss ich den Salzgehalt erhöhen, um dieselbe Menge reinzubringen. Genau, richtig. Man hat immer zwei Möglichkeiten, den Salzwert zu erhöhen, das ist einmal über mehr Gabe am Tropfer, was natürlich auch ein bisschen dumm ist, weil man ja sehr viel Salze verbraucht und der Dryback, auch der Dryback innerhalb des Tages ist sehr entscheidend. Also da kommen wir jetzt gleich zu, wir haben jetzt angefangen mit der ersten Phase, das Soaking, jetzt fangen wir mit den P-Phasen an. Die P-Phasen sind im Prinzip das Allerwichtigste zu verstehen, wie eigentlich Crop-Stealing von mehr. Und jetzt geht es wirklich in den Kern von Steuerung eurer Cannabispflanzen. Richtig, genau. Da ist es jetzt ganz wichtig zu verstehen, was versteht man unter P1, P2, P3, das ist ja für viele so, P1, P2, P3, was ist das? Das sind die bestimmten Phasen, wie man eine Pflanze bewässert und vor allem ganz wichtig zu verstehen. Wir nehmen jetzt mal an, wo wir angefangen haben, wir sind jetzt runtergegangen auf 40%, die erste Rücktrocknung. Jetzt wollen wir den Maximumwert erreichen, das wären in dem Fall sage ich mal 70%. Jetzt müssen wir berechnen, wie viele Shots, und das ist abhängig vom Klima auch, brauchen wir, bis wir den Water Content erreichen. Das ist die P1-Phase, die sogenannte Aufbauphase. In der Phase bauen wir Shot für Shot den Wassergehalt im Block wieder auf. Und den Salzgehalt. Ja, und den Salzgehalt auch. Wir sind jetzt bei 40% gewesen. In dem Fall ist es sogar andersrum, der Salzgehalt wird eher wiederum abgebaut, ich komme aber dazu gleich, warum das passiert. Vor allem in der P1-Phase. Gehen wir mal weiter. Man hat jetzt in der P1-Phase den Drain erreicht, den höchsten Punkt. Danach kommt die P2-Phase. In der Regel dauert diese P1-Phase 5 Shots a 3%. Und wenn man diese P2-Phase erreicht hat, das ist die Phase, wenn der Drain kommt, macht man Maintenance Shots, das heißt Erhaltungsshots. Also da willst du dir, also ganz kurz, ich zeichne ein Bild, was meint Ben mit, wenn wir 70% erreicht haben, dann kommt der Drain, ab dem Moment kann dieser Block oder das Koko kein Wasser mehr halten, das heißt, es läuft was raus, dann guckt ihr bei euch, wenn ihr sowas habt, wie viel Prozent hat euer Block erreicht, wir sprechen hier von 70% als Beispiel, dann wisst ihr, bei 70% Feuchtigkeit habe ich 100% Wasserhaltekapazität in meinem Medium erreicht und ab jetzt will ich in der P2-Phase diesen Wert halten, also Maintainen. Korrekt. Man will den Wert halten und dementsprechend ist es ganz wichtig zu verstehen, was will ich machen in der Pflanze, will ich generativ arbeiten oder will ich eher vegetativ arbeiten? Vegetativ bedeutet, dass die Pflanze sich um Wurzelwachstum, Streckung und Blätteraufbau kümmert. Und generativ bedeutet, dass die Pflanze sich mehr auf das Ausbilden von Früchten und Blütenständen konzentriert. Ganz genau, das ist vereinfacht, genau das Verfahren. Und jetzt wird es aber ganz interessant, das muss ich vorweg sagen, weil das habe ich am Anfang auch nicht verstanden. Wir, Digga, wirklich dieser Talk, heute machen wir auch mal ein bisschen Überlänge. Eigentlich, bisher die Grower kennen nur die Wachstumsphase, 18,6 Licht und dann kennen sie die Blütephase, 12,12 to fucking bloom. Ja, wie dein Slogan auf deinem T-Shirt. Aber du gehst, wir sprechen jetzt über was an einem Tag während der Wachstums- oder Blütephase passiert und du, damit die Leute jetzt wissen, wenn du jetzt über generativ und vegetativ, also den Wechsel zwischen Wachstum und Aufbauphase, wie bei euch Bodybuildern sprichst, das ist an einem und demselben Tag innerhalb von Stunden switchst du hin und her. Und das ist das, warum du plötzlich die Cannabispflanze anfängst, wie einen Formel-1-Rennwagen zu steuern, ganz genau. Also jetzt bitte zurück in Phase 2, mir war nur wichtig, dass die Leute wissen, dass wir jetzt während eines Tages zwischen Phasen hin und her springen. Genau, das Wichtigste ist, man unterscheidet ja immer zwischen vegetativ und generativ. Man hat im Prinzip, wenn man Blütenbilden arbeiten möchte, das ist vor allem erste bis dritte Woche, man will der Pflanze schnell sagen, die muss jetzt Blüten bilden, da ist es ganz wichtig, dass man generativ arbeitet. Wie kriegt man das hin? Nein, lass uns, aber bitte, da kommen wir gleich zu. In der P2-Phase, ich gehe jetzt wieder zurück, deswegen ist es wichtig, dass man ein Verständnis hat. Die P2-Phase, das ist ja entscheidend, was man erreichen will, wenn man generativ oder vegetativ arbeitet. Die Shots zwischen dem einen und dem anderen sind sehr entscheidend. Wenn man zum Beispiel vegetativ arbeitet, macht man die Shots während der Maintenance-Phase kleiner. Also die Abstände sind kleiner. Man macht mehr Shots, Wassershots, als wie es man generativ macht. Also später in der Blüte. Genau, in der vegetativen Phase will man immer mehr Shots hintereinander haben, mit weniger Abstand von einem zum anderen, weil man will den Dryback während dieser Maintenance-Zeit kürzer haben. Also wir reden von zwei bis drei Prozent Unterschied, von einem Shot zum nächsten. Man muss sich das vorstellen wie so ein Zickzack, der immer wieder hochgeht. Wenn man zu lange nicht bewässert, nehmen wir mal an, du machst jetzt zwei Stunden kein Wasser, dann fällt der unter fünf Prozent teilweise und das möchte man nicht. Das ist ein gewisser Stress, den man schon anfängt zu geben. Wir wollen den Stress erstmal vermeiden. Genau, bei der vegetativen Phase. Aber jetzt ist entscheidend, deswegen reden wir ja davon, weil wenn wir jetzt generativ steuern würden, die P2-Phase, würden wir diese Shots viel verlängern. Also wir werden zum Beispiel anstatt alle 45 Minuten einen Shot geben, würden wir anderthalb bis zwei Stunden warten bis zum nächsten Shot im Maintenance, in dem P2-Bereich. Und damit beeinflussen wir auch den generativen Stress wieder. Das ist ganz wichtig. Die P2-Phase ist sehr entscheidend für generativ oder vegetativ. Das ist schon mal die erste. Also das heißt, wenn wir während eines Tages in die Phase zwei kommen und wir uns noch in der Wachstumsphase befinden der Pflanze, dann achten wir darauf, dass das Medium nicht zu stark zurücktrocknet. Ganz genau. Und wollen die Pflanze nicht stressen, sondern ihr alles normal zur Verfügung stellen. Das wird sich in der Blüte noch ändern. Aber jetzt kommen wir erstmal in der Wachstumsphase. Die P2-Phase. Ja, P2-Phase haben wir jetzt denke ich durch. Jetzt kommen wir in die P3-Phase. Genau, und da ist entscheidend. Wenn du jetzt zum Beispiel in die P3-Phase, das ist die Nachtphase. Das wollte ich dich gerade fragen. Kannst du mal ganz kurz sagen, wann in deiner Anlage die P1 läuft, wann P2 und wann P3 ist von den Uhrzeiten und dann gehen wir gleich in die P3-Phase. Ich tue das mal aufgliedern, ganz vereinfacht. Also man hat auch noch eine P0-Phase, da komme ich nochmal drauf. Dafür muss man erstmal die P1, P2 und P3 erklären. Die P1-Phase ist die Aufbaufase. Also pass auf, wann geht bei dir eigentlich in deiner Anlage das Licht an? Das Licht geht um 9 Uhr an. Okay, so. Wir fangen da an. 9 Uhr. Vorher war das Licht aus. In welcher Phase befinden sich die Pflanzen, die jetzt ab Licht angehen? In der P0-Phase tatsächlich. Okay, cool. Die P0-Phase ist im Prinzip die Phase, wenn das Licht angeht. Okay, jetzt sind wir nach hinten gesprungen. Das heißt, wir springen jetzt. Das wollte ich eigentlich danach machen, weil man einfach schon einmal alles durchläuft. Also ist das eigentlich so P1, P2, P3 und dann kommt die P0-Phase. Das ist ein Tag. Das ist ein Tag. Die P0-Phase ist eigentlich das Ende der Nachtphase und der Anfang des Tages. Okay, perfekt. Also jetzt ist es interessant. Sehr, sehr interessant. Die P0-Phase ist eigentlich die Phase, die man beobachten kann bei Sensoren, wann die Pflanzen anfangen zu transpirieren. Die Pflanze fängt ja nicht sofort an zu transpirieren. Die braucht eine gewisse Zeit. In der Regel ist das eine Stunde. Und da sieht man auch, wenn der Wassergehalt fällt, fällt er in der P0-Phase rapide auf einmal runter und das ist wie so ein kleiner Knick. Und dann hängen die Pflanzen? Nein, nein, die hängen nicht. Es geht tatsächlich darum, wenn der Knick nach unten kommt, signalisiert das, oh, die Pflanze hat angefangen zu transpirieren. Jetzt sollst du erst mal bewässern. Vorher soll man eine Pflanze nicht bewässern. Das ist ganz wichtig. Also wir nehmen mit für den Homegrower, der auf Erde arbeitet, eine Stunde nach dem Licht angeht. Generell nicht sofort, wenn das Licht angeht, bewässern. Viele machen ja sogar Sonnenaufgang und das ist so, man versucht die Pflanze erst mal leicht aufzuwecken. Die Pflanze fängt langsam an zu transpirieren. Okay. Das ist die P0-Phase. Genau, wir springen jetzt aber wieder. Ich hoffe, die Leute können folgen, weil wir jetzt nach hinten gegangen sind. Wir hatten P1, P2 und P3. Aufbaufase, dann hatten wir die Erhaltungsphase, das ist P2. Wann ist ungefähr bei dir in der Anlage, wenn um 9 Uhr das Licht angeht, diese Maintenance-Phase erreicht? Ungefähr nach zwei Stunden. Also 10 Uhr fängst du an mit bewässern, 11, 12 ist P1 und dann ist P2 ab 12 Uhr ungefähr. So, jetzt gehen wir das ganz interessant. Die P2-Phase geht dann dementsprechend so lange, wie in welcher Phase wir sind. Sind wir generativ, geht die eher kürzer, weil wir einfach schneller, also früher. Wenn wir in der Blüte sind, ja. Genau, wenn wir in der Blüte zum Beispiel sind, lassen wir zum Beispiel zwei Stunden, bevor das Licht ausgeht, machen wir schon die Bewässerung aus. Dann haben wir einen größeren Dryback in der P3. Dryback heißt, länger nachts kein Wasser geben, aber inklusive die zwei Stunden Ende des Tages auch noch kein Wasser geben. So, dementsprechend vergrößern wir den Dryback, diese Rücktrocken über die Nacht. Und das ist auch wieder ein Stress. So, das ist unser Tool, um den EC-Wert nach oben zu kriegen. Weil du hast ja eben erklärt, wenn Wasser weniger wird in einem Medium, steigt der Salzgehalt. Richtig? Genau. So, und dadurch kann ich den EC beeinflussen. Ich habe ja zwei Tools. Einmal, was ich reingebe. Oder was ich raustrockne. Genau, richtig, korrekt. Das ist das Crop Steering. Und wenn ich jetzt auf vegetativ arbeite, versuche ich diesen Dryback über Nacht weniger zu machen. Kannst du mir einen Gefallen tun, versuchen zu sagen, also vegetativ und generativ würde ich für den Tagesablauf, aber immer auch noch ganz wichtig zu sagen, ob du in der Wachstums- oder in der Blütephase dich befindest mit dem, was du tust. Genau, also vegetativ bedeutet, später in die P3-Phase, in die Nachtphase zu gehen. Also da sagt man eine Stunde vor, das Licht ausgeht. Vegetativ. Wachstumsphase. Generativ. Nee, es ist die Aufbaufase generativ. Nicht unbedingt die Aufbaufase. Wir reden von tatsächlich, man hat entweder ein P123 generative Steering oder ein P123 generativ. Also während man vegetativ ist, geht man nicht generativ. Okay. Also das hast du ja am Anfang so ein bisschen erklärt, aber es ist tatsächlich so, es gibt ein P1, P2, P3 vegetativ und P1, P2, P3 generativ. Gut zu wissen. Und dann kann man, wie gesagt, mit dem Drybag in der Nacht nochmal diesen Zusatzstress geben und beeinflussen erstmal den EC-Wert und gleichzeitig, ob es generativ oder vegetativ ist. Und wie du schon erfahren wolltest, wann wir in die Nachtphase gehen, das ist entscheidend. Wenn man zum Beispiel drei Stunden vorher aufhört, ist man generativ. Wenn man eine Stunde vor Nachtphase aufhört, ist man vegetativ. Weil man einfach weniger Drybag. Also auf Deutsch übersetzt, wenn man in der Wachstumsphase ist, kann man noch bis kurz bevor das Licht aus. Also das ist jetzt erstmal der Takeaway für die Homegrower auch auf Erde. Genau, richtig. Wenn ihr in der Wachstumsphase seid, könnt ihr auch noch eine Stunde vor Licht aus ohne Probleme gießen. Die Pflanze mag es eh feuchter. Wenn ihr in der Blüte seid und auf Erde gießt, dann bitte zwei Stunden, zweieinhalb Stunden vor Licht ausgehen, das letzte Mal gießen, falls ihr noch gießen müsst. Genau. Und jetzt haben wir noch dieses P0 und dementsprechend ist es sehr wichtig aufzupassen, weil wir wollen ein Drybag über die Nacht haben. Da gibt es auch feste Faustregeln. In der Regel beim Vegetativen versucht man bei 15% zu bleiben, Rücktrocknung. Bei generativ geht man sogar bis 30%. Das heißt, das muss ich ein bisschen gucken, wie meine Sensorik misst. Wenn ich sehe, die Pflanze geht zu schnell runter, über 30%, dann muss ich die Phase, in der ich aufhöre zu bewässern, noch mal ein bisschen weiter nach hinten legen. Oder ich habe die Möglichkeit, einfach die Aufbaushots noch ein bisschen mehr Wasser zu geben. Also ein bisschen mehr Nährstoffe und Wasser. Also einfach größere Mengen, Gaben. Das ist auch sehr entscheidend. In der Regel in der vegetativen Phase gibt man eher weniger. Aber viele? Viele, korrekt. Und in der generativen gibt man eher große Shots, aber halt weniger. Dadurch schafft man auch, dass diese Salze sich anreichern. Weil durch diesen mehr Drybag während der Maintenance-Phase hast du ja auch mehr Rücktrocknung und mehr Salzansammlung. Das ist sehr, sehr interessant zu wissen, weil das Einzige, was wir machen, ist ein kontrollierter Stress. Wir wollen ja nicht nur die Pflanze komplett stressen, dass sie nachher zwittert, sondern wir geben kontrollierten Stress auf die Pflanze. Und deswegen ist Crop-Stealing so effektiv, weil man tatsächlich die Pflanze so perfekt in eine Richtung steuern kann, wie immer sagen. Das Krasse ist ja, dass das, was die Pflanze bei so einer Behandlung macht, ist, sie geht über ihr natürliches, in der Natur vorkommendes Potenzial hinaus. Also, weil in der Natur gibt es diesen Stress nicht. Das war ganz am Anfang des Podcasts, eine Pflanze, die die ganze Zeit perfekt versorgt ist, wird sehr gesund ins Ziel kommen, aber nicht über ihr Potenzial hinaus wassen. Überleg mal, wie wir früher gearbeitet haben. Wir haben mit Hand gegossen, das war ein relativ vegetatives Steering. Wir haben immer Wasser gegeben, die Pflanzen ging es relativ gut. Man ging immer davon aus, die Pflanze muss bis zum Ende super aussehen, gesund aussehen. Aber es ist nicht der Fall. Also, oftmals schreiben mir Leute auch, wie die auch wahrscheinlich sagen, ey, meine Pflanze ist total gelb, die sieht total schlecht aus, die sieht überdüngt aus. Ja, natürlich sieht eine Pflanze, die man so krass pusht, am Ende nicht mehr so toll aus. Aber was dich interessiert, sind ja nicht die Blätter, sondern die Potenz der Blüte, die Trichome. Der Therapiengehalt. Und vor allem, viele wollen immer wissen, wie kriege ich meine Nuggets so hart, haben wir ja sogar noch jetzt auf der Messe darüber gesprochen. Es geht darum, die Pflanze bis zum Limit zu pushen und dann sieht eine Pflanze tatsächlich nicht mehr so toll aus. Wenn man jetzt mal nach Amerika zurückgeht und mal guckt, wie Pflanzen teilweise auf den Videos aussehen, die sehen total überdüngt aus. Aber das ist vollkommen uninteressant, weil am Ende kommen wir nochmal zu dem Ausschleifen der Nährstoffe. Wenn man die gewissen Nährstoffe auch rausnimmt schon früher, das macht man auch wieder mit einem generativen Steering. Wir reden ja immer, dieses Steering am Ende ist ja auch wieder generativ, aber wir wollen ja nicht mehr so viel Nährsalz haben. Wie kriegen wir das hin? Indem wir einfach auch wieder unser Drain erhöhen. Dadurch kriegen wir die Salze runter, aber wir müssen trotzdem den Drybag einhalten. Also die Endphase der Blüte, das Aushärten ist sehr interessant. Kannst du mal ganz kurz, bevor wir dahin kommen, so nochmal kurz zu dem Feuchterhalten während des Wachstums und Trockner während der Blüte. Gibt es noch irgendwas, was diese beiden Phasen gravierend voneinander unterscheidet? Ja, tatsächlich kann man jetzt, wenn man das Crop-Searing nicht nur auf die Bewässerung reduziert, auch nochmal das Klima hinzufügen. Weil das ist auch mal ein sehr gutes Tool in Kombination mit, es ist halt, Crop-Searing ist halt sehr, sehr komplex auch, weil es ist nicht nur die Bewässerung, sondern es ist auch die CO2-Zufuhr zu in bestimmten Zeiten. Temperatur. Temperatur natürlich. Tag, Nacht. Feuchtigkeit. Ja, ich fahre zum Beispiel meine vegetative Phase immer sehr hoch mit der Luftfeuchtigkeit. Also ich arbeite wirklich mit 70% Luftfeuchtigkeit und sehr hohe Temperaturen, vor allem bei LED. Du siehst, wie die Pflanzen im Wachstum schieben. Ich finde, dass du, also das kann auch mal ein Homegrower testen, weil viele versuchen ja Heizkosten zu sparen in dem Raum, wo sie ihre Pflanzen stehen haben, müssen sie denken, sie müssen nicht heizen. Zwischen 20, 21 und 24, 25 Grad ist ein Wachstumsunterschied von mindestens ein Zentimeter mit dem Auge fast zu sehen. 100%. Und wenn man noch weiter geht und 28 Grad fährt, aber Vorsicht, das ist halt der VPD wieder, wo wir darüber reden. Man muss schon gucken, dass man auch eine hohe Luftfeuchtigkeit hat, sonst kann das auch zu Austrocknung führen. Ja, weil dann hat man einen sehr hohen VPD-Wert, was schlecht ist, vor allem im Wachstum. Der VPD-Wert gibt Ausschluss über die Verdunstungsrate und wie viel Wasser eine Pflanze durchsetzt. Unglaublich wichtiger Wert, macht euch dazu schlau, ist heute nicht so ein Thema. Aber es ist halt so, tatsächlich, die Progrower arbeiten nur noch mit diesen VPD-Werten. Also da geht es tatsächlich darum, Werte einzuhalten. Da geht es nicht mehr darum, wie viel Temperatur, sondern da wird echt strikt der VPD-Wert eingehalten. Wir haben jetzt sehr viel über diese P1, P2, P0-Phase gesprochen. Ich weiß auch, dass selbst für mich, wenn ich mich das erste Mal damit befasse, hat mich das komplett überfordert. Was da auf jeden Fall hilft, ist von Afina, einem Düngerhersteller, das Handbook sich zu suchen. Einfach Athena-Handbook-Englisch.pdf bei Google eingeben. Gibt es teilweise auf deutscher Sprache auch schon. Ich habe zum Beispiel auch nochmal einen Guide geschrieben zum Thema Crop-Steering zum Aroya-Sensor. Also nochmal da drauf spezialisiert, habe ich einen Guide gemacht. Findet man bei Growmotion auf dem Discord-Server? Genau. Kann man, wie gesagt, dort runterladen, aber es wird halt auch so sein, dass sich das wahrscheinlich ein bisschen spreadet. Der eine oder andere wird es den anderen geben. Da geht es wirklich tatsächlich darum, jede Sensorik arbeitet nochmal ein bisschen anders. Das ist auch wichtig zu verstehen. Wenn man Crop-Steering zum Beispiel mit einem Puls-Sensor arbeitet, nochmal ein bisschen anders ist, wie zum Beispiel mit Growlink oder mit Aroya. Am Anfang hatte ich dir ein Budget von 3.000 Euro gegeben, was du ausgeben solltest. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber machen wir das mal kurz. Wenn ich 3.000 Euro als Homegrower zur Verfügung habe, und das hier ist unbezahlt, welche zwei Systeme, sagst du, sind Preis-Leistung erschwinglich? Um deine drei legalen Pflanzen zu steuern? Möchtest du wissen, was Qualität angeht oder nur Budget? Nee, also beides vielleicht. Also ich möchte, was ist deine Budget-Lösung und was ist deine, wenn du mir jetzt sagst, ich habe 3.000 Euro und du sagst, Vincent, ich brauche nochmal 500 mehr, dann will ich das von dir jetzt auch. Das ist eine grobe Richtung. Die Leute sollen einfach, nachdem sie den Podcast gehört haben, sich darüber informieren können. Ein sehr wichtiger Punkt, den man beachten muss, ist, heutzutage ist das so, dass viele Sensorenhersteller eine Subscription haben. Oh ja, teuer. Es ist Subscription, das ist passbar alles mit Software mittlerweile. Zum Kotzen leider. Das ist wirklich traurig, dass es mittlerweile überall so ist, aber so finanzieren sich halt diese Firmen auch teilweise. Also es geht darum, es gibt bei zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es bei Growlink auch so ist, aber bei allen anderen hat man eine Subscription. Die ist natürlich abhängig von der Facility-Größe, also wie größer natürlich die Anlage ist und wie mehr Sensoren man verarbeitet, umso teurer wird die Subscription. Bei den meisten Sensoren hat man glaube ich drei Jahre eine Subscription inklusive, das heißt man bezahlt nichts, man kauft die Sensorik und das ist inklusive. Man ist aber ein bisschen limitiert, was die Daten angeht. Man muss überlegen, die sind mittlerweile so weit, dass die die ganzen Daten sammeln von den Growls und du im Prinzip mit deinen Sensoren sogar deinen nächsten Grow optimieren kannst. Die verarbeiten die Daten. Und du bezahlst dafür, ob du die Daten behältst oder nicht. Das heißt, die lassen sich sogar dafür zahlen, ob du beim nächsten Grow mit den Erfahrungen des Alten arbeiten kannst. Und aber auch wiederum deine Ernte optimieren kannst, weil das ist wie eine KI, die im Prinzip weiß, okay, du hast den EC verwendet, das war gut. Verwende den auch wieder. Und so dementsprechend kannst du dich halt sehr, sehr verbessern. Vor allem sehr interessant für… Welche Sachen sind für den Homegrower interessant, sich vielleicht anzuschöpfen? Also ich würde sagen, wenn man wirklich jetzt anfangen, wenn wir klassisch darüber reden, zu Hause zu growen, würde ich tatsächlich die günstigste Art zu arbeiten, ist tatsächlich Growling, soweit ich weiß. Und Puls, glaube ich, liegen ganz nah. Puls ist auch sehr, sehr gut. Ich würde sogar Puls vor Growling nehmen, wobei Athena sehr viel mit Growling arbeitet. Das hat aber andere Gründe, das ist Marketing. Puls ist sehr, sehr gut. Ja, ist auch einfach verfügbar. Und da ist man, glaube ich, 1.500 Euro. Ja, irgendwas hatten wir da geguckt. Ich kann es dir jetzt nicht genau aus dem Kopf sagen, aber man kann ja im Internet mal googeln. Puls kommen oder was heißen die? Ja, orangenes Logo. Ja, orangenes Logo. Das ist jetzt so das günstigste, würde ich mal sagen. Ich würde jedem davon abraten, mit Trollmaster-Sensorik zu arbeiten. Zumindest sind das, was aktuell auf dem Markt ist. Was auch sehr interessant jetzt kommt, ich habe auf der Messe gesprochen mit Grow Tool. Nein, Grow Control. Grow Control. Sorry, Grow Control. Die sind gerade was am entwickeln, auch für die Grower hier in Deutschland. Das ist noch eine deutsche Firma, was natürlich toll ist, dass man die auch ein bisschen supportet. Da kommt auf jeden Fall am Anfang des Jahres was Interessantes. Auch sehr, sehr gute Sensorik, was ich jetzt gehört habe. Dann hat man natürlich das Flaggenschiff, also das absolute Hightech-Produkt, das ist Aroya. Damit arbeiten mittlerweile wirklich viele Pro-Facilities, wir auch inklusive. Wo liegst du da für so ein minimal kleinstes Setup für den Homegrower? Man hat das Starter-Kit, das kostet, soweit ich weiß, um die zweieinhalbtausend Euro, 2400. Manche werden jetzt hier sagen, ey, was arbeitet ihr über so teure Sachen? Also es gibt, das ist eine Minderheit, aber es gibt in Deutschland Leute, die uns diese Fragen stellen. Und heute ist der beste Platz, um so einen Podcast mal auch sowas zu droppen. Ich sage euch ganz ehrlich, Leute, ich persönlich 3.500 Euro, um meinen Grower zu optimieren, würde ich nur machen, wenn ich im Leben mit Cannabis größere Ambitionen habe. Heißt, ich bin vielleicht nicht studierter Grower, möchte aber irgendwie noch in diesen Markt rein, möchte in meinem Social Club eventuell eine Position beim Growing einnehmen, die federführend ist. Dann ist das Investition in dein eigenes Kapitalwissen. Ich muss aber sagen, hier für die Leute, die sagen, das ist aber heftig, aber ich möchte mich trotzdem informieren. Guckt mal Richtung Puls. Genau, Puls ist auf jeden Fall kostentechnisch sehr gut, wobei man eine Sache immer differenzieren muss, ganz, ganz wichtig. Viele Sensoren arbeiten mit Kabeln. Vor allem, wenn man jetzt in Social Club ist, hat man das Problem oft, dass man einen riesen Kabelsalat hat. Zum Beispiel bei der besagten Firma, die ein Flaggenschiff ist, die arbeitet im Prinzip mit Funk. Das heißt, das ist sehr, sehr einfach zu installieren. Und man darf nicht vergessen, wir reden ja die ganze Zeit über Sensorik, aber es ist ja nicht nur die Bodensensorik, sondern es ist auch die klimatische Messung. Da gibt es dann den VPD-Wert, der auch gemessen wird. Dann hat man den CO2-Wert, der auch mit diesen Geräten gemessen wird. Und für kleines Geld kriegt man sogar einen PPFD mit, also einen Paar-Sensor, der wiederum das Licht perfekt misst. Und wenn man diese Sensorik hat, dann hat man auch die perfekte Steuerung über die Kultur und kann dementsprechend auch andere Ergebnisse ausrollen. Ja. Ich denke, die Deutschen sind, was so Technik angeht, sowieso so ein bisschen affiner, wollen viel experimentieren und dabei lernen. Ich denke, wir werden einige Leute inspiriert haben damit. Wir sind am Ende schon sehr tief gegangen. Ich hatte so ein bisschen bei der Phase, als ist nur noch P1 vegetativ und generativ. Ja, da waren auf jeden Fall ein bisschen Rauchwolkenruhe wahrscheinlich auch bei ein paar Hörern, aber ich möchte an dieser Stelle jeden erstmal gratulieren, der es bis hier hinten in diesen Podcast geschafft hat. Da werden viele dabei sein. Ja, aber heute habe ich mir auch mal ein bisschen Überlänge gegönnt. Gibt es sonst noch irgendetwas, was wir eventuell vergessen haben, was du sagst, was dir zum Thema Cropsteering noch am Herzen liegt oder du den Leuten mitgeben willst? Also ich sage immer, fangt erstmal an mit dem Input und Output zu arbeiten. Das ist die kostengünstigste Art Cropsteering anzuwenden. Dann fangt an, wenn ihr nicht so viel Geld habt, mit einer vernünftigen Zeitschaltuhr. Kommt wieder mal in Portugiesisch durch. Zum Bewässern? Ja, zum Bewässern. Es sollte eine Steuerung sein, die zumindest sekundengenau gesteuert werden kann, damit man auch sagen kann, so und so viele Sekunden läuft das. Wie kann man das ermitteln? Indem man dann Tropfen einmal testet, wie viele Milliliter müssen rauskommen, in welcher Zeit. Also sagen wir mal, zwei Minuten bewässerst du und dann hast du zum Beispiel 30 Milliliter. Raus, dann weißt du, okay, so und so lange muss ich meine Uhr einstellen. Um so und so viele Milliliter zu bekommen. Und dann weißt du auch so und so viele Shots und dann stellst du im Prinzip die Uhrzeit an. Dann hast du so ein Grund Cropsteeringverfahren. Dann machst du das P1, stellst du so ein. Dann weißt du ab der Uhrzeit, zum Beispiel ab 12 Uhr, machst du anderthalb, zwei Stunden einen Shot. Dann hast du generativ, willst du alle 15 bis 20 Minuten am Anfang machen. Dann hast du den Aufbau schnell. Dann machst du die Maintenance bei 45 Minuten. Dann bist du wieder in der vegetativen P2-Phase und so weiter. Und dementsprechend die Rücktrocknung genauso. Dann weißt du, okay, meine Lampen gehen um 9 Uhr aus abends. Ich bin jetzt vegetativ. Dann mache ich eine Stunde vorher die Bewässerung aus. Mach sie dann eine Stunde, nachdem meine Lampen sind, an. Genauso kann ich aber wiederum auch bei generativ zwei Stunden nachdem die Lampen angehen, bewässern. Weil ich dann einfach nochmal ein bisschen zurück trockne weiter. Also man kann sehr, sehr viel für kleines Geld auch schon Crop-Steering betreiben. Das würde ich hoffentlich auch mal mitgeben. Fangt erstmal mit den günstigen Sorten, Arten an und ja. Das arbeitet ihr euch dann weiter vor. Genau, richtig. Ben, vielen lieben Dank für deinen Besuch wieder bei mir hier in Braunschweig aus der Schweiz. Sehr gerne. Ein paar Meter mehr. An dieser Stelle will ich auch nochmal gratulieren. Growmotion als Team hat einen Meilenstein geschafft. Ihr seid als CBD-Grower gestartet und seid jetzt rübergegangen in den THC-medizinischen Anbau. Alleine deswegen lohnt es sich auch, Growmotion und dir zu folgen. Da wird viel passieren. Danke, dass du dein Wissen mit uns so stark teilst. Das ist nicht selbstverständlich. Ich finde aber, das sollten wir als Community weitermachen, voneinander lernen. Wir sind keine Profi-Grower. Wir sind Leute, die jeden Tag weiter lernen. 100 Prozent. Also vielen Dank für deine Glückwünsche. Wir haben ja auch den Pflanzenverkauf eingestellt. Das war mir auch persönlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil wir einfach auch sehr darunter gelitten haben. Und auch vielen Dank, dass wir hier die Bühne haben, auch darüber zu sprechen. Das ist auch ein sehr wichtiges Thema für uns persönlich als Team gewesen. Jetzt gehen wir einen neuen Weg. Eine neue Ära hat angefangen bei uns. Und ja, ich hoffe, dass wir noch viele weitere Gespräche in Zukunft haben zusammen, weil wir harmonieren ja sehr gut. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Alle bitte Ben folgen. Und wir hören uns wie immer zum nächsten ersten Freitag des Monats um vier Uhr morgens. Den Vincent Weed Podcast auf allen gängigen Podcast Plattformen und ab eins dann als Videopodcast auf YouTube. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis bald.